Ist störtet, Alter. Hörbe, Hilfe! Hörbe, Hilfe! Wer ist tot? Dennis! Nein, ich habe einen Top-Denker! Ey! Was wird denn los? Was wird denn los? Es ist ein Lecker und ich habe mich alleine. Hey, das Ding ist ja... Junge, ich habe es Gym gestartet. Ja, und ihr springt direkt am Anfang raus, Alter. Lenn dir direkt an der Karte, komm! Er hilft, die Idiot. Geh hoch, rechts, bohren, 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 Decke ab. Tön! Finishing! 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 Ja, ich spiel bitte, weil du mir lebt. Super! Nenn ist die Pump! Da ist nicht sicher, ich habe, es ist ein großer Tonabendal, ich bin gar nicht da. Ich glaube, wo dieится ist. Wenn man eine Karte hat, mach dir noch. Dann synch ich komplett. 3 3 5 4 5 5 5 5 5 auch nicht kürzeln schreck morgen morgen wir haben uns dankeschön Köln Köln und Verbrauchungen die Arschheilig erhält Köln und die Schauspieler da ist ich habe noch weißt du ich bin ja ich weiß welches schaffst du im klaren ich bin viel kürzelt ein jürgen will noch in den kleinen ja er lade ihn gleich mal ein das sind weißt du mit wem ich spiele so wie ich jetzt vorhanden heiße wir haben uns das heißt ja nicht wechseln sondern wechseln oder nein ich bin nur nicht wie ich glaube wie also wechseln wechseln also einer niemand er lässt sich um die exzellen b kommen einladung von los sieben er geht nicht bei ihm rein der es los das was mit dem spiel mache ich den als ob du nicht in der runde bist ja klar ja klar er wurden bei euch gestern eigentlich die punkte zurückgesetzt ob bei euch gestern die punkte zurückgesetzt waren sind wer du tritt richtig durch ich komme nicht mal bei euch rein ich habe einen guten digga der ich habe ihn eingeladen ist er richtig groß und das sollte gerade ja ist er das hast du keine ahnung whisky bruder wirst du hier noch mal ich habe jetzt mal ganz jetzt mal ganz jetzt mal ganz jetzt mal ganz jetzt sind ein klaren man war also der sich beworben hat hat mir einfach den skin geschenkt welchem kilder gewonnen habe nein aber ich habe ihm vorher gesagt ich feiere den skin vor ich habe ich ihm auch gesagt die weibliche variant ist so keine ahnung einfach mal eher von ihnen hier habt ihr noch jemand damit du willst doch diesen justin oder wie es ja damit spielen der in klar möchte also nein ich mache es im arena ich lebe mal Maxim ein kann man doch nicht Arina geht doch nicht nee die Bratwurst na ich nicht ich glaube auch nur Dings macht him nur mal ja warte da kommt er geschrieben ne die Bratwurst ist geil soll ich einmal meine ganze Freundesliste einladen ja lass dann du na Junge wann krieg ich wie Bugs oh mein Gott äh ich soll euch schöne Grüße von Justin wünschen hier ist er hier ist er Sonne nach die Bratwurst hier ist er muss ja vor allem immer von anfang an weiß ich mache 20 sekunden oder 30 Sekunden später ist er drin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich möchte das du kapierst die meisten kommis von mir up muskie ja es fängt auch gerade die an auch mal auf die schafften links kaum auf 2 kaum die k ja 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 Hör an, du! Direkt in die Töge, der Hand, ja. Komm, du hast dich nicht mehr. Komm, du hast dich nicht mehr. Welche Wundern war das? Ähm... Jena. Ich küsse mir alle den Hasen an. Wie ist denn selten? Nein. Ich kann nicht add-ten. Ah! Tja, Rene. Da bist du doch Rene. Wohin, Leute! Ja, Wickel. Kannst du mich auch mal prüfen? Hehehe. Okay, ich bin auf Kontrolle. Ich will nicht so fies für den Gegner sein. Kannst du mich mal krüfen? Ich spiele ganze Zeit mit dir. Weil als Hallo zu dir und dir... Oh, fuck. Ich komm so scheiße, weil ich Kommentare gelesen hab, ne? Ja! Fuck, fuck, fuck! Sorry! Ich glaub, es gibt Copyright. Okay, ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Okay, ich bin weg. Warte, nimm. tag mein gott ein habe ich geholt hat seine karte wieder genommen hat den tag und ich habe zu denken sehr süß ich hätte bist ja ja du mit anderen kunden oder gepuschen nicht du denn es eine karte er hat auch noch eine karte dann nicht und er hat er hat mich nicht ich habe ihn nicht nicht er hat er hat es wollen er hat es er hat hübschüttel wer war was war es denn komm raus keine Ahnung, wer getötet hat sich ins Kind, du weißt keine Ahnung, du weißt keine Ahnung, du weißt wahrscheinlich ich will noch mal den Dynamo Dynamo ha Bruder das ist der Scheiße, Alter, kann ich nicht mal schneiden obwohl auf der Stelle stand, ne er hat doch, dass er ein Grappler und er könnte sich ranziehen ich höre, die sind dummer, als die ganze Welt ja, du hast uns aber nur eingeschlossen, ne du Idiot ey, das ist ehrenlos warum oh, guck nicht mehr zu da muss ich jetzt wohl über mein Handy zugucken Bruder, du sagst zu mir, also keiner kommt ja, was? du hast ja wie ein Ziele gesagt, zu den ganzen Leuten, keiner kommt, ne guck mich an, ich bin das schönste Auftrag, well, well, well when you pop in the corner, then you okay, ey κ holen wir meine Tasse an, man ist sogar schnell Moment,ホNew! post, off Daniels okay, ey ey, wenn ihr mich so seht, ne, wie alt wurdet ihr mich so hört, jak beat me mich schätzen wenn sie sehen wenn ihr mich hört okay denn es ist 14 das aber ganz schön was das aber ganz schön was geht oh mein gott ich hab erst los ich habe die das gablob haben und das neue prozent ich habe meine halle gebrochen hilfe ich habe meine halle gebrochen ich werde gemobbt alles gut du malo ey guck doch gleich mal meinen loot an wenn ihr mir zuguckt komm her komm her komm her komm her ich hab so guten loot komm ich schieß jemand bitte gib mir jemand einen kuss krank kürzchen 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 ich habe in derzeit im wasser gegeben was hast du verliebt was hast du verliebt habe ich verliebt kürzchen 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 römer erstes was habe ich für loods sei so wie es dieses halbier Abo auch drinnen soll haben der Stoffen die Schausseilung nun warum hatte ich auch eine Lila-Pam um um auch die Lama nicht gesehen n die Lama mit 3 3 ein mit ein 9 weil er hat mich sehr oft nicht er hat mich auch er hat mich nicht das hat mich nicht guck doch meine Katze, er kann sie auch noch safen Nein! Hörst du zu meiner Füße rum? Und noch meine, Dankeschön! Halt mal meine Schnauze, ja? Tia, was hat der für Aim? Hörst du mir, dass ich auch gewartet hatte, Spassi für Loot, ja? Ich krieg nie richtig den Loot, dass ich mal Gegner holen kann! Ja, ich krieg auch nie Loot! Oh ja! Ich krieg immer scheiß Loot, Alter! Ja, ich krieg immer vollständig genug, ja? Ja, genau! War ein Kekko, ja? Leute! Das ist jetzt immer mal ein Schlitz angeboten! Das ist jetzt immer mal ein Schlitz angeboten! Ja, genau! Da wurde er gebohrt! Ja! Schleift, mein ob er Elbata hat! Er wurde gebohrt! Doch, wo wurde er? Nein! Doch! Er stand auf der Stelle, wo er gerade schießt und wo er dann geht! ich habe gesehen bei uns ist es auch die Komponente um eine Löhre was hat da unten drin gestanden keine Ahnung ich habe gerade gemacht ich weiß es vom Bandhammer erwischt was vom Bannhammer also ja vor allem nicht Bannhammer was ist das ist das nun gebannt jetzt? ja nein das ist nun gebannt nein nein was das ist nun gebannt ja das ist aber auch manchmal so wenn man teamt oder wenn man immer dann hat man recht gebannt aber so wird man nur erwartbar ich weiß doch auch äh wo ist Groß Leon wo soll es sein Leer ich glaube du bist du hier oben nein bin ich noch nicht wo soll es sein ich wusste nicht mal dass hier noch ein Bild ha ich wusste nicht mehr dass hier ähm hier noch eine Zeit und komm mal zurück in den lobby hier 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 Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Komm da nochmal. Wir haben zusammen mit uns auf der anderen Seite gekürzt. Du hast fallet, das ist ein Urheil, oder? Du hast fallet, das ist ein Urheil, oder? ich habe wirklich keine Lust mehr machbar bereit Lea Leute machbar bereit Hallo Hallo Whisky Wieso ist das? Digga welches Hände ist so scheiße Gott Whisky ist äh Whisky sein Sag mal hört ihr mich überhaupt? Was ist das? Olof Don't fade away Don't fade away Don't fade away Was für creative Ich bin mir das erst auf creative ja Hörst du mich dann nicht tanz mal Weil du mich hörst tanz mal Keiner hat mich mein herz ist kaputt oder Tanze wenn du mich hörst Tanze mal Hörst du mich Hörst du mich Nicht wenn du ja Nicht wenn ja Hörst du dich mal Neh komm bock Hörst du dich da bin ich Und nun mal lieben Er wurde es zu dunkel komm raus Kommerzentrum Loss Prozent Loss Boxfeil zu Hause wenn du mich hörst, jetzt tanz mal wenn du mich hörst, ja besser ist das, komm Warte, jetzt ist mir älster Schau, warte, ich leiden kann Warte Ja Ja Ja, wo sei Ja, komm noch mal ins Zentrum Komm schon ins Zentrum, bist du? Komm schon ins Zentrum Komm schon ins Zentrum Komm schon ins Zentrum m vier nicht starten, weil wir uns in der Team weg sind, da kann ich nicht starten. Und dann nach dem Fall, ich kann, um, in der Zehnung. Lohn. Leute, könnt ihr jetzt bitte reden, ich hab ja keinen Bock mehr. Hey, Dicke. Risky. Ich weiß, dass du mich schaust, ja? Entweder telefonieren wir jetzt wieder, oder? Keine Ahnung was. Ich weiß, dass du mich schaust. Ich weiß, dass du mich schaust. Ja, die können irgendwie gerade nicht reden, Dicke. Ja, normal. Komm ran hier, Millimeter. Da. Ich glaube, ich komme jetzt rein. Ich weiß, dass du mich schaust. Ich weiß, dass du mich schaust. Ich weiß, dass du mich schaust. Ich weiß, dass du mich schaust, bitte lass dir, rede. Ich versuche es gerade zu reden, keine Ahnung. Oder du bist dieses Kanal. Ey, guck erstmal ein bisschen zu. okay weil wir sind und so einstieg ich wollte es haben Bruder ich habe noch gerett frage mich nicht am Ende und für dich Prozent Nein ich dachte das haben da hat es genommen die Räder der Welt ich habe es echt auf die Hälfte der Tatjahre wo ich es Ecken die Hörl der Rest und der Grunde genommen wird die Grundmachstin der aber genau hallo vorhanden er ist es nur Prozent das ist auch ein Grunde zu tun aber wir sind auch noch einmal aus der Gegend ist das ist ja Nein, ich rege gerade über Playstation mit jemandem. Aber der, der bei mir ist, kennst du nicht. Die kenn ich nicht mal richtig. I don't know. Hast du gefragt, wo ich wohne? Ich wohne am höchsten. Eigentlich nicht. Weißt du, wo Obermontstraße ist? Weißt du, wo die Obermontstraße ist? Ja. Da wohne ich. Wirst du auch noch aus nochmal wissen? Oder reicht das jetzt? Ich kann nichts wissen. Wer hat denn das? Das ist die Frage. Ich telefoniere. Ach so. Du bist so großartig. Du bist so großartig. Naja. Hm ... wer ist im moment der bester freund oder neben morgen nee und generell egal ob jung oder mädchen ich habe es geschafft während der halben die knallige und wohnen hier gibt es nur ja ein bisschen hab ich noch was ja kann ich es machen ich mach mich auch stumm ja k k k k aber spannende battles ne oder was das ist grad mega und gleich kann es noch ein bisschen zu gucken macht es 15 Minuten was denn man hätte das scheiß ich weiß ja 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 die die wer die macht auch spielst du 3 ich hab's nicht gesehen 7 3 ich spiel gerade auf Kontrolle aber eigentlich bin ich kommen das Spielspieler oder das ist ja also das ist so ein Schüler zumal da die Beobachtung ist und die Beobachtung die Beobachtung Kürbenschläger nicht der Ernst hatte ich rückgüßt sie findet und wieder an K die Sitzung Nimm, ihr seid alle Pro, äh, Profi-Spiele. Hallo. Ich habe nur Diener-Fast-Tops genannt. Sehr schlau von dir. Guck mal, gib dir mal Fett, dass du nicht mal Fett gerust. Na. Ey, Ding. Wie heißt du? Ich bin nicht das Pinguin, okay? Wir haben 300.000 Ernest. Scheiße. Jede Telefonnagel. Das Einzige, was man hört, ist mein Controller. Ich hab den. Ich hab den. Ich hab den. Ich hab den. Aber ich hab den. Ich hab den. So ungefähr, ne? Ich hab den. 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 Juni, du hast elf Runden gewonnen. Er kommt bis zu der Runde rein. Okay, deine beste Freundin hast du ja gesagt. Sag mal, der beste Freund. Und Louis, ne? Ja. Ist dein bester Freund, ne? Ist dein bester Freund, ne? Komm, Nadie, komm, Nikon. Ja, komm, jetzt lass doch mal raus. Leut, ich mach nur ein Sorgen, was wir einfach, okay? Anni, dir ist das schon. West, West Secrets Scope 833. Hey, die ist immer noch dunkel. Ey, lass raus. Wollen wir eine Kolosseum machen? Ist das Loppy oder was? Nein, nein, nicht Loppy. Komm mal her. Ja. Ich hab einfach den ausgenommen. Bist du noch ausgenommen? Nein, ich hab äh. Sie sind 10. Ja. Ach so, ne? Also, den ist immer sicher. Ja. Bist du noch ausgenommen? Ich bin schon mal 81. Äh, ne. 84. Äh, ne. 84. Äh, ne. 90 gekommen. Aber in Season 8 ist hier nicht so richtig gespielt hab. Season 7 wurde mein Main-Account gebannt. Da waren 1700 Euro drauf. Was? Insgesamt halt für Fortnite, glaub ich. Also, ich weiß nicht, ob es 1700 war. Ich glaub, insgesamt hab ich schon. 1500. Für Fortnite ausgehen. Von dem Nati, von dem Neckar. Wohin denn, wir sind hier wir. Wollen wir noch mal her geht's? Nicht dein Ernst. Nein! Nicht dein Ernst. es ist ein spaß es ist ein goldenspaß nein nein es ist wie du noch sagst, du kleine 31er Kannst du nicht auch sowas lernen, Alter? Ha? Regetieren Weiß was ich dir empfehle? Mache Edit-Maps sägern Mache Edit-Maps und Baum-Maps und Aim-Maps Das ist das beste was man machen kann Hast du Aim-Bots an? Ich? Ja Spaß mein Bro, denkst du, ich habe Aim-Bots? wir sollen Profi-Spieler brauchen Hast du grad zum Profi-Spieler gesagt? Zu mir Ja Bin ich echt so gut Hier Nur, ihr Roman Das Ding ist, wir sind gut gleich gut Ist ja echt so E-G-G-G Gleich gut Bro, ich weiß es nicht Bro, wir müssen mal wieder mal einen Bierons zu machen So, auf süß Auf nass Auf litschig Auf trocken Auf nass Spaß Mit dem Es geht soя bei mia Bei den Tieren gehts bei meia nicht so ich bin hier kann man in sie lernen die Führung muss die neue Eichhörer machen wo nirgendwo weiter sprang leon da aus er hat uns auch noch nachher mit Römer ich wollte ich auch nicht leben und ihr habt ich nur und dann wird es hier Oh ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! 20 Apfel! Nein! Jetzt hat er wieder mehr Leben! Hast du ihn? Hast du nicht mit dem anderen, oder? Solo! Ey, wer ist das Kulon? Nee, er hat ihn nicht loskönnt. Ja, was ist denn dein Bett, das hat er? Was?! Wohl, er ist gut. Er sagt, beide sind nicht. Glaubst du denn selbst machst? Na ja. Er hat sich, äh, ein... Er findet sich Mini? Och nee. Nee. Er hat neun Fisch und, ähm, keine Lüge. Jünger hat PSK, wenn man... Fertig oder... Nee, er hat 10 AP noch nix zu hier. Was?! Ja, schade, leh. Jetzt ein Boot noch. Keine Ahnung, weiß nicht. Er hat dieses Backpack von diesem Battle Pass von einem 100er Skull. Ja, aber er hatte dir 187 gebetet gegeben. Och, alles klar, da ist ja wahrscheinlich nichts los, Alter. Ja, nicht hand ah ist ja... Was ist, was dieser Mann. Was ist, Asi Mann. Was ist, Was ist wie Mann! Was man Mann! Was man Mann! 2 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 Hey, der Gollum hat mich zu lieb! Ich fühlte mich irgendwo. Er hat nur golden Sachen. Ihr könnt zu spielen. Wer ist mir rum? Leute, komm mit dem Gollum. Wer ist Gollum? Ist es der? Ja, das ist er. Er hat Leon einfach geklärt. Was?! Er hat ein Boot, ich sag's dir. Er wollen wir alle gegen ihn machen? Welchen denn? Nein, er ist nicht gut, er hat nur irgendwie komisches Ende. Ja, das Ende ist er nur. Mit Abo kann man alles machen. Der Argument bestimmt nicht. Was?! Er hat es ja nur hältst du. Er hat was Anleger. Wenn er jetzt weiß, wo ich bin, also wohl Heck. Ja, es kann auch recht sein. Ey, das ist nicht normal. Was?! Was?! Er macht, wenn er kein Melker ist und er hat dann gebannt, wenn er den Melken, dann wird er selbst gebannt. Ohne sohn, Alter! da oder wir haben kommunizieren hallo hast du gesehen wie ein gefickter Walter nein ich war ähm ey bei uns ist ein Hacker Ruin Risky in creative in so einem Boss Der ist aimboss Elyon, Bruder, save me, Hacker, Digger Gollum Er kriegt den Ball oder was? Wo ist der? Schon gehoßt Ecken ist nicht erlaubt geblossen GUNU Nein, mach nur GUNU 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 Ich guck nur diesen Scheiß verpickter Ähm Hacker auch GUNU GUNU Ist das der da? Tschüss du Hohensohn! Was? 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 War mir drin, 30 Sekunden. Was? Okay, das ist einfach nur bei dir. Aber mit einem guten Ende. Oh, du hast noch einen Bock. Oder die Hecke rein. Schöne rein, ne? Wenn der Hecke ist. Geh mal runter, wir schießen! Wer sieht die Fall aus? Hinter dir, hinter dir! Oh Mann! Er hat einen 307 HP. Ja, Mann! Danke, Mütze, Benz! Geht nass. Aber hab ich den nicht auf den Account. Aber richtigen hatte ich auch nicht auf dem anderen. Ich hab aus Season 3 nicht geholt. Ich hatte nur diesen aus Season 7. Let's go man! Der eklaste Hacker! Wie kann man nur so sein? Haha! Außer es echt gibt es eben. Das kann auch sein. Aber das geht nicht. Der Typ! Der Typ! Der Typ! Der Typ! Er drückt mir nur Headshot. Oh Gott! Ach das war Leon! Kann ich, kann ich, kann ich nicht nur sagen. Äh, Leon? hat er hat hier ist die gar keine ich bin ein auskinder ja ich bin ich nicht mehr ein paar werden wollen mich zu tun so 116 hat euer Hacker? Oh Junge Sorry Der Hacker hat 116 noch? Hast du den Hacker? Ja Ja wegen mir weil ich den White gemacht habe Komm immer raus, immer alles zu übergesagt Legas, Legas Wo bist du noch? Wo bist du noch? Wo bist du noch? Ja, danke Was denn? Wir lieben noch mal Ich guck da gerade rein Ich guck da gerade rein Ich guck da gerade rein Lieb Leon Nein, Leon hab ich noch getrappt Ja, aber warum seht du nicht? Ich heimann Ich heimann So schon Nein Nein Oh, Digga Hey, Digga Oh mein Gott Was? Ich hab ihn jetzt schon gefüllt Ah Leon, äh ich mein Wenn wir es, komm her mein Freund Ich möchte es spielen Ich möchte es spielen Ich möchte es spielen Hier so wie ein Clown Ein, äh, stream, ne? Kennst du diesen Clown? Er ist Der, ähm Der, ähm Der, ähm Der, ähm Der, ähm Der, ähm Kann sie runterschießen, ne? Oho Hat er nicht gemacht Hat er nicht gemacht Hat er nicht gemacht Ich hehm Ich möchte es spielen um kann man ja auch nicht mehr und mehr und dritt mal ganz kurz mir hat sich in vier jahren holen wo soll sie denn? Es right, neder Hacker Schwör 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 Nee, alles so low, oder? Mein Gott, gib ihm den Öl und mach mal das in unseren Club Ja Ja Ich hab die Lille in der Rückenkünfte, ne? Hey, wer guckt mich zu? Ich 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 Ist doch ein Rösebruch, jetzt wissen die's Hä, aber die Wände, und dann kommt die Sohn Ich 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 Ja Ich Ich älter oder liegen trotz und er hat alle es ist nicht gut und dann haben wir gegen ihn und was ist wieder mit Oh mein Gott. Ist Frieda ein Mädchen? Ich dachte das war ein Tier. Irgendwie eine Katze oder ein Mann. Das kann mir niemand erzählen. Das war ein Whitehead-Tennis. Hm. Nett. Warum älst du nicht hoch? Weil ich das mache. vertrauen immer diese mädchen lachen immer die selbe ab und da hat bei gar und und ich bin die Möchner das war ein der Wettel ich habe auch eine und ich habe der Niemann ist die Niemann dass das die Niemann wenn ich ähm also Niemann ich habe ja auch Dinger und Dach ähm weil ich eigentlich äh weitere Reinschrauben wollte bis ähm ich habe das ja schon mal gewonnen so ok 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 in Stuttgart die er macht sich ich konnte wollen die Stuttgart Prozent noch nicht nur aufstehen das geht Max noch nicht nur aufstehen her war any on william im er okay gg Gibt es wahrscheinlich eine gute Taktik für mich? Na, schon mal lieber Die ganze Zeit gebaut und dann Richtig drauf Das ist auch nur gute Taktik Runterfall Wohl! Komplett mal die Neid Komm, mach mal Ist halt kacke, ne, wenn wir rüberkommen Neon, kom runter Rüssig bespielen Gernstunde Ich hab Angst Er ist daneben Warum? Was macht er da? Gernstunde Kette und reinziehen Und dann einfach gar nichts mehr aufhören Auf einmal könnte ich gar nicht mehr ничего Jusf Ja Also war dann noch Ja Äh- Er kann nicht mehr, er kann nicht mehr auf aber auch wenn wir nicht mehr die Uhr ja ich glaube er hat einander 60er in der Uhr er hat meinen er machte er ist ein Rundfunk er wird 13.90 Uhr. Ich muss fahren. Ich bin da nochmal leise. Ist das ok? Ich bin da rausgekippt. 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 Ist das richtig? Ich bin da rausgekippt. vielleicht der Hacker vielleicht der Hacker wenn ich jetzt mal der Grund gebannt ist aber zurück sind wir immer noch wie ne Party warte mal äh warte das ist mein Bruder er spielt auf den Weg hier ja ja warte nein ja ja warte kurz Nein! Ja, was soll sein? Hey, aber sie feiert sich auch nicht so, als ob sie ihn fliegen würde. Leute, ich hab gar nicht erwartet. Hey Leute, ich kann nicht mehr rein, ich kann gar nichts mehr machen. Hey Leon, ich kiegt die Wand. Da 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 da! Tschüss, Monja! Hey, Leon! Wann geht eigentlich Chemie los? Hey, Leute, könnt ihr, äh... Oh, mein Gott! Leute, ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Oh, mein Gott! Leute, ich, äh... Ich dachte mal kurz vorhin, da komm ich rein. Ja, jetzt komm ich jetzt, komm ich noch mal rein. Ja, ich? Ja. Nein, ich kann gar nichts machen, denn bei mir steht zweifel auf aktivieren. Und ich kann alles vertreten. Ja, ich hab's schon gefunden. Nein, dann spielen wir schon mal, du gekostet hinterher. Nix. Aber könnt ihr mir zeigen, wie man das, ähm... wie ich das hier, äh... aktivieren kann? Ja, das geht nicht, das muss... Das geht nicht, aber... Jetzt muss ich... Jetzt muss ich... Jetzt muss ich noch länger. Jetzt muss ich noch nicht beschreiben. Nein, ich hab's nicht beschreiben. Nein, wir wollen los, die mit Spielen und... hier kurz blau, äh... äh... Pinguin, hier kurz drinnen. Pinguin! Ich heiße Peter. Peter? Peter oder Peter? Peter. Ehm, wie du willst, kannst du mit ihm sein? Peter oder Peter? Dennis, kannst du meinen, äh, und Frau sagen? Ich muss gay sein. Ja, das ist so. Ich bin elf. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, mein Alter! Let's go! Was? Peter! Aber elf ist noch elf! Aber elf ist nicht so gut wie ich, glaub ich, ne? Ja, doch, okay. Willst du auch elf? Was? Ja. Starte hier, Herr Moll. Du kannst das aufschreiben! Für die Mädels! Ich hätte gelacht, wenn du gesagt hast, aber es waren elf zwölf. Ja, du hast, du hast auch mal elf. Nee, der war elf, Alter. Schau mal, es ging von mir an, ja? Mein an, ja? Ja, aber dafür muss ich das aktivieren, damit ich da mitspielen kann. Habt ihr das aktiviert? Nein, ich bin Krell zu viel. Ich hab's auch nicht aktiviert, ich bin Krell zu viel. Ich hab's auch nicht aktiviert, ich bin jetzt Krell zu viel. Los, komm raus! Die sind immer bist dukelnd, mach. Lass dich andere linken. Warte, ich komm jetzt, ich komm jetzt! Ah, ich bin jetzt drin, warte! Ich bin jetzt zu Macko. Jungen Ich hab ihn als früh Das kann ich sagen Soll ich dir sagen, wenn ich zum Frühstück Essen hab? Ein Steak Ja Zum Frühstück Ja Oh my god Oh my god, look at this shit ich weiß Oh my god Oh my god Oh my god He hates mich was passiert ja was denn da mag ich noch junge lukas ruf mich die ganze zeit an ich mag gleich meine zweite fernbedingung kaputt ich mach das halt wirklich obengräber ist schon ein dreck geworden da ist meine fernbedingung kaputt hä du hast keine falle gebläst für den jüdiger what the fuck obengräber sind die größten tricks ja das ist geschehen das reicht doch ich habe zwei lichter ketten bestellt ja damit die damit die an die decke von und das ist immer passt so dann habe ich es drum gemacht und meine fernbedingungen für eine kette also für eine Hälfte von meinem Zimmer und die andere verbedingungen für die andere so so Jünger warum die was ist ein Rüschi meine Leute warum war da los ich habe ihn gewinnen lassen ich kann ihn dafür eigentlich bin ich Leon oder bin ich doof ich weiß nicht oh my god ich konnte mir sein sie nicht weiß kennst du zu Seppe ja ja nein nie im leben warum bautest du das so ich glaub das nicht bläh ich will mit ihm zusammen sein obwohl ich ein Mädchen ne ich will das dann wegen seiner Hässlichkeit anzeigen weil ich Augenkriegs bekommen würde takt die nicht oder die die oder die ein ich will nie mit ihm zusammen sein ich bin aber ich bin ein Junge und ich bin schwul ich bin ein Junge mit dem Tag um ich bin so freiner und muss nehmen wenn sie amigar heißt da kann es mal überlegen Oh mein Gott, du bist so schlau! Was? Warum? Die werden telefoniert, Leon. Ja, tut den ganzen Zeit nahe. Kann ich mit spüren? Was ist das? Ich bin jetzt. Nooo. Tschüss. Hallo. Bessas? 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 Das ist Jem, mein Name ist hier. Ey, Leon. Jem. Leon. Mein Name ist hier. Ey, sag mal Leon. Nein, kann ich nicht. Ist ja schon wieder vertieft in... Ja, Jem hilft von mir aus schon. Ich muss Leon fahren. Kann ich mit spielen? Nein, erzähl es mir nicht. Was? Ja. Nein, nein, nein. Ja. Ja. Keiner. Keiner. Keiner muss Leon fahren. Leon? Ja, aber der telefoniert, der Spack guckt. Ja. Ich schau. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das ist... noch schnell mit Spiegel mit dem Tiefen jetzt die ganze Zeit ich telefoniere mit Anna und Jamie darf nicht mehr spielen ist schlecht Kappa da können wir hören ich kriege mit Lukas und er hat er der Euro und so weiter Leer und auf dem jetzt nicht schon ja oder nacht eine Rolle hallo so im wald mann k k k ich komme bei euch rein Ja, Dennis hat's Maul. Hallo? Mit wem? Ich rede mit... Ich kann dir die Namen auch sagen, ja? Mit Dennis, mit Whisky, mit Jamie und mit Lukas. Aber nicht telefonieren. Ja. Also, wo, 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 wo? So, hallo. Nuro, was ist los mit Freunden? Was ist denn da los? Hallo. Anna ist gleich nicht angekackt, nur. Nuro, wo seid ihr alle drinnen, Alter? Ja, ja, Romy. Ah, war. Und aus diesen Haaren von, ähm... Na, ha, 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 ha. Na, ha, ha. Na, ha, ha. Was ist auch mein Popo, sag das, Alter? Was ist auch mein Popo, sag das, Alter? Wer sagt das, das ist wirklich so? Oh, sie. Hallo, 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 hallo. Sie hat sich Haare abgeschnitten. Ich dachte, die rasiert sich nicht. Also, ich hab schon. Nein. Meinst du, es wäre? Alia. Meinst du, es wäre? Alia. Halt Maul jetzt! Ja, Romy weiter. Anna, du kannst weiterreden? Nein, ich hab's nicht verstanden. Junge, ich schaue halt einfach gar nichts aus, eine dumme Hexe. Okay. Jami, bist du bei uns drin oder nicht? Ey, Jami, das ist viel leichterlich, Digga. Ey, Jami, spielst du mit? Also, spielst du so was mit? Komm mal rein! Ich spiel jetzt. Imi! Komisch. Ey, Jami, Jami, bitte sag mir nicht, dass du groß hast. Habe ich extra? Achso. Und da war ich geil. Ja. Und... jetzt im Moment bei dir. Wer hat das jetzt? Ähm... Ich gucke, es ist erst zwei Jahre gewesen. Aber... so... Wann hast du das jetzt 10? 9? Ja. Das ist so komisch. Ey. Mein Gott. Ey, komm mal in die Pause, sagst du da. Ich bin nicht der Jüngste in der ganzen... ähm... ...komm, wie du siehst? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich bin nicht der Jüngste in der ganzen... ähm... ...komm, wie du siehst? Wie lange telefonieren wir? Wie lange telefonieren wir? Porn. Ja, Mann, Junge Lukas, Alter. Schaffen wir zwei Stunden? Ist blöd, ne, wenn ich so ein guter Vorspieler binne baue? Was? Na, Alter. Guck mal an hier, Alter. Jetzt hat was los. Nein, ich überbilde die ganze Zeit jemand. Komm mal auf, ja? Junge Lukas, du redest dann unten. Was? Ich bin nebenates... Ichavaşst bin nebenates... Ich hab's mich nebenates... Hab'n nicht zu dir gesagt. Was? Ahhh... Takρά... das sind meine airpods alter was für wisch alter ich weiß doch nicht jamie der sich fake airpods holt ich habe kein airpods ich habe gar keine doch nein ich habe recht aber jamie meint dass er echt oder dass er gar keine airpods hat was auch stimmt weil er hat fake airpods jungen das fake airpods gibt es doch zu alter ich habe kein hat dein bruder doch gerade erzählt alter du warst ja auch dabei hatte ich muss den feiten machen nein denn ich bin normal ich bin ja ich habe Meine Wappen sind alle weggelegt, ich finde nur was da war. Komm, du bist überhaupt nicht. Nein, du bist nicht mehr. Hallo? Hallo? Können die schnell fischen? Nein. Geil, Junge. Einfach geil. Lukas, wie geht's dir so? Alles gut? Alles gut? Ja, chill doch mal, ich bin nicht Flash. Ich bin nicht Flash, ich bin nicht mehr. Applausi. Ey, Lukas brauchst du ein Duo-Mate, weil ich glaube, Luski und Leon wollen Dennis. Nein, ich werde mit Dennis Duo-Mate. Ach so. Nein, wir werden nicht. Wir werden Duo-Mate. Ah, Dennis, 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 wir beide, du hast mich gefragt, Leon ist mit Luski. Kaufmann. Okay Dennis. K. Habe ich dir geschickt, Leon, er wird mit. Nein. Verdammt, die. Du hast die Brüder zu bauen. Ich sterbe, ne? so ich habe kein foto bekommen hallo 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 ich war baum ich habe sie geschickt ich hatte nichts gar für dich ich weiß auch immer zu scheiß WLAN oder warum kommt das nicht an die Liga und die Mauer und die Liga und die Liga und die Liga für die Liga und die Liga und die Liga und ich glaube ich will mal eine Runde mit dem Tastatur hallo 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 ich hab dich nicht mehr was denn lukas anna hört sich hat sie gesagt es ist immer ein mensch der kundel hallo hat die reihe von anderen zu haben jenny hat ein neues handy nein kann man ja nein was los ich bin ausgenüge rwb sonst ja black squad new balance Spurten die Ziegsfalle er liegt so ja auch wieder an du und nein er hat er mehr dann er war so so warte mal du Leon ich und es geht sind viel aus gott ja leon telefon die nur noch für solange mein gott hier was für solange umgehe ich habe ja keine Ahnung und ich bin und das ist wo kann man nachgucken wo man noch nicht mehr nachricht schicken und dann schütteln nun wenn ich nicht mehr haben ich suche dich ja gerade ja, sie sieht alle auf mich hier ja wahrscheinlich er tötet mich durch meine Trette ich bin der Wallhack, Alter, Spaß Elkenbott, Spaß ja er kann sich ficken, bitte fünschen bitte töte ihn, Leon, bitte er kann sich ficken, er kann sich ficken er lässt sich oben raus töten ja sorry, Whisky, aber ich wollte nicht mehr echt, dass du ihn so bist ach, das warst du, Lukas Ehre ich hasse es ich hasse das du spielst seit gestern Amt auf Maus und Tastatur und kannst schon so gut bauen also nicht gut, aber kann schon bauen ja ich habe Leons Einstellungen übernommen bist du besser als Leon auf Maus und Tastatur? nein, absolut nicht ach, der ist ja eigentlich Maus und Tastatur spieler, gell? hat er auch mal gesagt, glaube ich man ist back so rum, ne? Musky GG Musky GG hey, hol ihn wieder er ist vor oben ah ja, ich hab dich blockiert ey, warum brauchst du da, Digga? ich dachte, das war Lukas ey, Digga, ich verwandte Lukas immer mit Leon, Digga er ist so weit, ne? Nicola Serai ey, Digga, sorry alter ich kann nicht schießen stopp ja er schießt, ok ja, er hat sich gesillt! sorry Ich kann es sehen! Ich bin der wahren Goss süßer oh ja Ich weiß nur, du bist tot, oder? hat die besucher, die Beobachtung ist es, ich kletz dich, Alter. Da sind keine Klaute, oder? Ja, da nennt man Karma. Alter, Junge was für Karma, du kleiner! Du kleiner! Kleine Hundesohn. Du hör mal auf die Augen, Junge. Junge, du beleidigst einfach, Junge. Was ist los, Junge? Was ist los, Junge? Hey, wer hat denn jetzt so leid, ich wüsste? Ja. Unnötig. Ich hab die Heil geschrieben. Ich hab dann Karma gesagt, Junge. Ey Leute, ab jetzt mach mir mit runterschießen, okay? Nein. Nein, Junge. Unterschießen ist irrenlos. Ich weiß. Deswegen ja. Ich hoffe, du stürzt. Ich hab gesagt, ich hoffe, du stürzt. Junge Mann, Alter. Warum schießt man jetzt runter, Alter? Oh, Lukas! Oh, 2,5! Ey, Lukas! 2,5! 2,5! 2,5! 2,5! Let's go! Let's go! 1,5! jungen ich wusste davon gar nichts weiter man hat Geburtstag Montag bist du denn ja erkennt in dem Scheißteil Montag hab ich Geburtstag hat um Hunden so ein Spaß Junge die sehen voll geil aus die muss ich gleich suchen alter ich will ich gehe ich kann bock mal ich komme auch an ein spaß der gleich nehmen die runter was du bist du gut alter ey können wir dumm jetzt werden alter das war nur Spaß hey wie meintest du dennis Junge das bin ich ja ja hey Junge ich hab Karma gesagt vielleicht kriegst du Karma oder er Junge du springst runter hat er dort runter geschickt für Jamie oder was oder woher weißt du das hä woher ja woher woher weißt du das woher weißt du das was das mit für mich ist keine Ahnung ob das für dich ist aber sag das mal keinem vielleicht weil deine Eltern den ersten Geburtstag geschehen ihm Eigentum er macht mir die Tür auf dann und er er auf die EU die er 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 hat er 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 ja ich bin wir haben und haben ich wollte sagen wir haben so mehr umgegeben ich meine ich meine aber immer noch mehr aber auch genommen Ich gebe dir gleich Hops genommen, Luca, du riegst so auf. Der hat gar nichts hin und geschickt. die sie sie um mit seiner Hanna keine Ahnung hat mal Game Sound Alter und die Rede wird also richtig verliebt nein 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 das nicht ha ja er hat nur eine Seite auf dem Kopfhörer drauf deswegen weil er telefoniert soll ich ja sagen so muss ich drei vier Monate spielen warum man hätte geführt war er holt mich auf in seinem Audi und geb mir auf die Piste ok weißt nun keiner kommt aus seinem Haus raus Junge was für die neue keiner kommt aus dem Haus raus Junge bist du geil zu spielen hey Junge oh no runterschieße wer schieße runter r 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 ja russkei es war der große lachschutz in jemals bei mir hat das als schluss ich höre ich höre ich höre ich schwöre ich das war der große lachschutz alle bei johann russkei russkei kommen wir mal ein paar bei mir hübschen das gibt es nicht ich habe mich nicht gewohnt n aber ich habe aber auch die Jürgen mir auf die Püste er hat aber schmackig der Junge ich hätte dann wirklich gar nicht so die Neon mehr absurde ich Der kraschiert hier Hits, warum weiß ich nicht was. Ey Lukas, hast du schon den ersten Mal? Wey, yo, er gibt mir so einen Lucky Hit, so einen Lucky Hit. Ich bin 13, du Bastard. Hat er gesagt? Nein. Ja Bro, es gibt Leute, die es mit 6 machen. Wir haben vorhin in den Parten. Nein, ich schwör's dir. Nein, nein, wirklich, Leon war dabei. Wir hatten einen neunjährigen Partiedelte vor 3 Jahren, also wo er 6 war und sein erstes Mal wieder. Wey, yo, hallo, wer schießt direkt auf mich? Vielleicht ich, vielleicht auch nicht ich. Ja, ich weiß, dass du es bist. Kleiner Spasti. Komm mal rein, ihr Bett da. Ich bin wieder da. Nö, ich bin wieder da. Oh, Hit. So ein Lucky Shop, so ein Lucky Shop, Alter. Ich konnte keine Part lesen, Mann. Ey, warte, 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 warte. Alter. Ach, ich schieße an Schong, schließe in den Karton. Ah, nee, er hatte mal von euch nicht gesagt, aber ja, Jamie. Schieße an Schong, schließe in den Karton, Buddha. Ich hab die zwei Wunderspray jetzt schon. Hä, was laberst du? Hä, was laberst du? Hä, bei mir haben... Schau ihn bei der Headshot angezeigt. Ach so, I'm too tiny town. I want to be ninja. I want to be Chinese. Schieße. Trapp ihn. Hinter dem. Hallo, über mir. Ja, komm, 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 komm. Oh, er ist genommen. Er ist genommen, Leon. Aua. Ich kämpfe jetzt gegen Whisky, oder? Nein. Nein. Ich kämpfe jetzt gegen Whisky, oder? Nein. Ich. Was ist denn? Ich. Gegen mich? Gegen mich? Eil, Gott, Lucy? Gott, Lucy. Wer bist du? So, nur warum alle diese geile Picke... Picke nicht hat. Hallo, schieß doch nicht runter, was ein Ehrenloser! Meine Fresse! Dennis! 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 Denk dir mal das Telefon! Das war Whisky! Ja! Warum schießt du runter so ehrenlos? Ich musste, ich hatte kein Leben, nichts! Ist mir auch scheißegal! Alter Angripp! Wo ist Jamie jetzt denn? Ich hatte den gehabt! Ich hatte den fast wohl! Oh, der täte Fahrrad tätig! Ja, wir zu Kamer, komm! Komm her! Hei! Hallo! Wer hat die zu Kamer haben, Junge! Komm, Mombe, Junge! Oh, du bist so scheiße in Fortnite! Ja, Junge! Ich spiel auch nur Battle Royale! Weißt du? Fortnite! Battle Royale! Füge deine Mutter mit dem Schwanz bis ins All! Er springt in die Zone, was ein Bot! Boah! Erhört! Meine Cousine kommt gleich in die Party! Wenn ihr auch gemacht... Ich... Puh! So will ich, Alter! Boah! Wo wohnst du? Ha? Wo wohnst du? Ne... Ne... Münchner! Ja, geht schlecht! Ich wohne in Dortmund! Ha! Viel Spaß! Viel Spaß! Für... viel Spaß! Jamie ohne Runterschieße! Ey, warum hatte ich nicht mal gesagt? Ich wohne in Berlin! Das war ein Joe! Woher schießt! Du wirst nicht die Jamie! Jamie, bist du krass, bist du krass, alter! Ich gibt den Bombe, du liegst! Jamie! Er holt mich auf mit seinem Audi und geht mir auf die Büse! Er holt mich auf mit seinem Audi! und gelbe mir auf die Füste das war's dann mit mir, mit dir, nicht ok, war's oder gegen Dennis, spannender Fall, Kappa Junge, ist das ein Hacker oder Wachler? Dennis ist einfach nur ein Pro ja, so wie Risky, ja? er ist einfach nur wie Risky, ja? ist einfach nur wie Risky Junge, uh, Jamie Oh nein, oh nein! Dennis, halt die Fresse ok, boah weißt du, das ist das Bim, ja? ja, weil... dann weiß ich an ner Stimme ja, in deiner Hilflingstimme mein ich Ich mehr meine deine Schnauze, ja? er lässt mal bitte nicht mich einmal können ich will was ausprobieren peinlich jamie spiel mit maut und hast du seit jetzt am abend und ich bin so ein wort ich bin so ein wort ich bin so ein wort und wir haben jetzt noch junge sagen gar nicht richtig was und du bist so ein wort gerade in fordnacht die ganze zeit ja ich weiß weil ich mich ganz konzentrieren ich hab den bord gestimmt alter warte ich muss kurz auf antworten badi da wieder wieder ich bin heute klang gesäunt unseren klaren oder wen wie ist das passiert jetzt unseren klaren oder welchen klaren ach so scheiße ist in unseren klagen joint oder in einen anderen klaren nun er macht direkt auge junge mann alter das macht ich bin was los ja ich bin besser als du ich bin lukas lukas lor denn es kam aber wenn du jetzt ich schwöre wenn ihr es gelasert wie es sich lache ja leon warum machst du es nicht einfach junge ja ja und warum schießt runter hinter dir du bot dennis 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 denn ist das will ich aber nicht also da hat jemand ein headshot kassiert da hat jemand auch schöne jetzt das jetzt das ist ja nicht gewählt so als jünger klar ist die bürze aber ein bisschen jetzt das ist die stadt ne jungen und keine ich würde sagt immer was ohne dass jay wieder fisch der william pushen online leon du abschaubar jamie push mich nicht jetzt kommen die ausreden achtung als maul jetzt nicht mehr telefonieren und feierlinger machte kurz kocos kommentar habe aber und gleich da gelassen ehren nein mein gott er hat den verlassen jungen hat denis wirklich verlassen oder nein das wird dann angezählt jungen leon kennt man nicht so junger jeder weiß dass du schlechter ist ja heutzutage bist du wieder fisch genaue ich ja die junge mit einem zählen zu weil das hier zu blöd mit hier oben was was wer möchte in klaren können lukas hat mich grad voll ab was ist mit diesem kleinen jungen jetzt mal verlässt den clan wenn ich aufhört erstens du hast es offen zu beleidigen ja einer hat mir ein rotes herz geschickt lukas jedoch selbst jedoch einfach mit zu ihr zusammennehmen jamie halt die fresse einfach mal ich hasse so leute diese produktion das war es spaß jamie bitte einfach auf ihn zu beleidigen ja jetzt lass dich nicht von jemandem produzieren jamie auf weil junge kummer mit whisky habe ich so plus gemacht na das glaubst du nicht weo hallo 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 sie rufen am bruder hallo hallo reichten streit dann den kommentaren boh whisky unge komm her komm her ha 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 hey leonu du kleiner buster komm runter ich schieß jetzt runter ey leonu du kleiner buster einer von von auf mein video ist nur was oder dann leide ich nur noch der gomente pfff was denkst du wer du bist was denkst du wer du bist ja du bekommst du bekommst karma schliff auf junge alter wenn das einer in die kommentare geschrieben hat dann ist das der größte fisch alter nein wir springen runter so ein bot ha 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 aber Leon der fight war ok der fight war spannend wie holen warum der musste aufgehende er hat das war was ich bin Kluß schon mit ihm macht hast nein ich meine so von so von gut sein und so meine treppe zum trägs wirklich spieler ich hatte diese woche spiel tschüss hey yo, hallo, hallo, hallo let's go wo bist du hör doch auf runter zu schießen no joke was neun hast du es gesehen da er jetzt runter fliegt und runterschießt fliegt aus dem clan ok ja ich schieße eh nicht runter ich kann mir das hallo riski hat runter geschossen nicht ich ja 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 trotzdem mach keinen ausguss mehr ich wollte sie auch grad sagen leon zweiter mein gedanke ich weiß ich lege weg weil zu schießen auch leon sorry nochmal dass ich dir heute eisbrecher nicht gekauft habe ja ja schon gut ja auch schon gut oh anna ruft mich an mal ganz ehrlich magst du ähm mädchen ja hacker ja ich glaub da möchte was laufen wo möchte was laufen hier und das mädchen soll ich sagen was läuft ja die pisse aus meinem schwanz mann ok wer hat runter geschossen mir was riski riski ich bin schon tot das gibt das gibt der rache dann kriegt der rache jungen du bekommst kammerstelle weil du leon getötet hast leon für dich leon leon ja 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 ich weiß nicht ob das jetzt extra war oder nicht aber ich würde ihm noch eine chance ziel wenn er jetzt noch einmal runter schießt dann ja guck mal wenn man auf ihn mit da erschießt kann man manchmal runter schießen ja du schießt immer runter schon das zweite macht und zwar er ist das normal ok kann ich jetzt auch sagen mit einer 94 ist das auch noch nicht auch normal ist aber nicht normal dann ist es ja mit einem waffen normal oder er kommt mir immer noch zu wasser in ihre mann wer wait leon ja ich hab Angst ich sweatet ich hab halt richtig Angst wie der rote verschießt auszusehen nooo nein riski zu one shot ey wie viel AP hast du riski 40 62 62 dann gönnt sich zwei biggies ehrenmann ich hätte ihn ich hätte nur weiter mit der MP drauf lesen sollen er hätte ich ihn ja genau unter dir ey sagt man nicht oh oh so die schief ja ja okay aber was ich du musst zugeben ich hatte schon hart gilt ja leon dann sich komplett konzentriert ich schwöre will er und ich jetzt nicht noch holt dann ist größer die falle bringt dir nichts außer du schießt runter aber wenn du unterschießt muss das nicht einfach hält du hast kein falsch ankommen ja das untergestrungen ja du bist du mein wirst die sohn start leon richtig ja man muss ja auch mal plan unterstützung zu schauen ja ja bekommst du ich habe leon heute ein skin gekauft ich habe keine wie wachsacht zu schütten seit ihr er trifft ja jeden du kannst ja absolut gar leon ja leon was jetzt dafür musst du zwei runden aussetzen er ist es schlimm wenn ich auch so sieben da herunter schweller warte gut ich muss uns kommentar lesen mit marcel und ada im clan ja ich hätte schon sagen können dass es weitergeht oder ja sorry man sieht als dass ich konzentriertet und editend bin ich habe den tränkel aber nicht mehr gemacht hey bro ist die luft da unten oder immer noch die immer noch die ich dachte ich brauche junger zu scheißen leon weißt du was ich nicht checke was denn wir sind so gut in so was und verkacken immer in scott na na lass uns dann nach der runde scott wie viele traps hast du ich habe zwei hier noch eine gehabt jetzt wenn der trap greift ah sind wir hoch keine bombe ja ich werde so kacke ohne bombe wir machen ja ohne runterschießen ja mutter tut super aber den jungen nicht der arme whisky der hä erstens wird whisky nicht geärgert und zweitens wer bist du ich gehe mich mal komplett vergraben kaputt was ist los keine ahnung was er hat was hat denn der reingeschrieben oder wie ich kann es dir gleich vorlesen erinnere mich dran ich höre ich hasse es wenn jeder auf mich geht wo was machst du da oben ich kann nicht so runter schießen ne ich kann nicht so runter schießen oh dennis ist wieder da er ist rausgegangen ach so los ich bin ähm Papierführer das gibt es auch noch ja auf jeden jetzt nicht mehr ich hab den ja äh risky so gelasert risky ist ein hund naja verpässe ich mal aus meinem stream ich ruf gleich Justin an der sollte ich mal bannen alter kein Bock mehr Junge war für rund ja lass mal den armen Whisky in Ruhe der ist auch erst elf Leute 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 ja ich hab gar nichts mehr geredet meine erste Frau Gilles ich bin gerade ich bin gerade ich bin gerade du bist echt gut kann nur überhaupt überschätzt sich nicht so weiß ich managing ja wer hat alles moderat vor das kleine kinder besser vortrag spielen können als amt nein muss ich nicht ist doch so jungen leon ist auch jung als ich kummer hallo junge da hättest du das nicht sagen dürfen jetzt hat lukas eine ausrede ist gar nicht wir haben uns beide so laser gehen lukas nicht runter das ist whisky ja ich glaube ich bin ja der junge lukas will nur flöten mehr ich wusste ja willst du streckte es ist der krepp er kann eh nix aufnehmen und wir haben wir in münchen auch so ein klar um ich weiß ich habe mir sehr moderat wo ist gewollt von lukas geholt aber jetzt nicht mehr ich habe es nicht waren mich auch nicht ganz ehrlich wer hat geschrieben dass ich rumpen ja irgend so ein Hund das Sommerwurm wie Mama sagt er nicht mehr dass ich rumpen mhm mhm sagt er ich bin nirgendwo Vater hast du aber richtig gesagt man sagt ich bin nirgendwo Vater ja ja ich bin nirgendwo um einigen Euro hallo telefoniert nebenbei mit einer Freundin ja das kann ich nirgendwo hören was hast du gesagt ich bin nirgendwo ich glaube wir wissen nicht aber was ich will ja ich hab keine Metz mit wusste es warum warum hm ich habe für euch raus ha wie siehst du mich älter ich habe es ich habe ein Stück von einer Prozent vom Backpack oder von einer Schwitter gesehen Leute da bin ich raus ja wie heißt deine Cousine Angelina 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 hast du gerade gesagt Angelina Angelina das hat sich ein Problem Decker Brotawalla boah ich haste so Mädchen die Digger sagen und so ja sorry dafür Hat rahmen Tae Das hat Floki it's nicht gefloppen was Alan Was poklis los oh hat sie gerade wieder Digger gesagt ne ich weiß ja ich gehöre Ich glaube, es gibt viele kleine Medi-Date-Lag oder Moin, oder sehr viele Leute, ich weiß nicht. Ansonina? Ansonina? Komm mal 1 Millimeter. 9 Millimeter, du kach! Papa! Leute, ich will nicht reinkommen und ich fetzen. Nee. Ich will nicht reinkommen und ich fetzen. Komm nicht fallen, fetzen. Hapo, Leon, Leon, du bist gefetzt. Du willst dich nicht mit Leon und mir fetzen. Ich schwöre ich, ein junger Lukas und ich hab uns mit immer so kranke Fetzen auf dem Schulhof. Ich wüsste nicht mehr Ladegeleger. Ich wüsste nicht mehr Ladegeleger. Nur so, ich meinte das vor. Ja, komm! Ich und Leo gegen dich. Wir setzen dich genauso wie in echt. Okay. Oh, das ist eine andere Ladegeleger. Komm, Digga. Komm, Digga. Komm, Digga. Okay, warte, edit. Ich und Dennis gegen euch zwei, ja? Schnauze. Ich will einfach... Ich hatte einfach kaputt, mal auf mein Leben. Das Ding ist, er holt seine Shotgun und dachte, gib mir jetzt noch so nen Headshot. Aber nein! Siehst du morgen, wenn ja, wieviel Uhr? Wieviel Uhr? Äh, mal gucken, ob ich morgen streamen. Wie heißt du noch bei deiner Cousine? Angelina! Hey, Bro, Bro, hör auf, hör auf. Mach keinen Sinn. Angelina! 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 Ihr könnt Spaß machen, nur, aber nicht... Wie nicht so? Wie nicht so? Ich mach Spaß, wie ich will. Ich mach mal an den Schlag, schnell ein bisschen dein Handy, okay? Ah! Angelina! Hättest du dein Handy jetzt? Und jetzt... Du kannst uns fürs Spaß machen, aber nicht so überkriegen... So, jetzt fahren wir auf, einen auf den! Angelina, gib meine Nummer her! Ey, du kannst uns fürs Spaß machen, aber nicht überkriegen so, jetzt fahren wir auf, ein auf den! Angelina, gib meine Nummer her! ich knall deine oma angelina ja bist du single ja nein angelina wie alt bist du nein dennis ist älter als ich dennis ja bist du nachher ich war ein Monat der Eltern Angelina gibt man nun mal hat er 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 darf sie nach Nummer fahren macht doch einfach ich brauche ich will wissen wie die aussieht hat er Luka, sieh nehm ich ein Foto von deinem Bruder. Hast du ein Foto von deiner Mutter? Ey Leo, du Bastard! Ich ficke deine Omi ins Kohl. Ey, muss man haben. Müss ich was schieben, Scheiße? Habe ich einen Sport gemacht oder habe ich keinen Sport gemacht? Oh Gott. Wie heißt die Angelina? Angelina? Mädchen! Angelina! Ja? Kriegst du deine Nummer? Warum? Einfach so. Weißt du, er ist Single, er ist hässlich und er will eine Freundin. Sagt der, der aus der achten Klasse ein Mädchen klären will, die noch hässiger ist als... Hey Junge, erstens will sie mich klären, ja? Und zweitens... Die ist auch recht hässlich. Haha! Dennis, was machst du? Angelina! Ja? Sag mal Nummer! Nein? Ich schreib mit! Haha! Du, wir schreib mal Nummer! Oh, Dennis, ich will weh, ne? Mann! Dennis, ich kenne dich auch mal, ja? Du, dass deine Cousine so Spaß sieht! Huh? Dennis, ey Leon, wir kicken Dennis aus dem Club, wenn er die Nummer nicht gibt, okay? Mach doch! Ey, Angelina, bitte! Äh, ist rotgeil! Angelina! Genau! Genau! Ich, ich bin zwar... Ich bin zwar schon... Ich bin zwar schon... Fuckboy! Angelina, krieg ich vielleicht deine Nummer, wenn ich netter frage als er? Hahaha! Digga, was wollt ihr alle? Deine Nummer! Hahaha! Hallo, hallo, Hacker, Hacker, Hacker! Angelina, zockst du auf Fortnite? Ja... Krass, Jungs! Ey, Leon! Das ist dein Mädchen! Hahaha! Ey! Maaan! Wmal sind wir denn? Ich hab nur... Ich hab nur... naaa'o'o'o'á'o! Naum... Ich... Fuck! ich hab gerade mein Hetzel meine Tasse hat tot meine Maus weggeworfen Ehre Mann weil Ehre in Ruhe soll mich hindrein geschlossen Deines Beste, ey die Brüse ist tot gefallen Ja Junge Ja bist du ein Fröschen? doch bin ich wahrscheinlich Nein, lieber nicht Dennis, er ist voll der Fortnite-Box wait Ah, ich will weil Juli und ich hab so gegen Schreibtisch kauen Hä Junge, ich hab auf meine Lukas, ich hab dreimal hintereinander auf meine Schrauber gehauen Warte, Angelina, hast du Instagram? Ah, gib mal Instagram Ja, gib wenigstens Instagram Ich pushe dich auf Instagram Ja, du mit deinen drei Abonnenten willst du pushen, ne? Junge, ich hab 258 Wow, Lukas Mich zu lachen, äh, Tunnel 8 8, 8, 9, 10 Leute, ihr braucht keine Versuchen irgendwas zu labern oder so ihr könnt Dennis Fragen, ich bin schon kein 2 Abonnenten also, je nachdem Du weißt gar nicht wie ich auf sich Na? Sag aber dass ich noch nicht ein Auge habe Hallo, Hallo, ey, 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 die ich habe das tun hört auf hat auch nein nein nicht klarer zoller verreckt äh erhältlich so aus so mädchen die tiktok macht nein nein ich brauchte die tiktok hier warte warte wie heißt du Angelina dennis wenn du jetzt gewinnst hast du alles gewonnen wenn ich jetzt gewinnen habe ich alles gewonnen ähm selina angina angina du bist eine schreie du bist eine schreie ey Lukas wenn ich zu wär würde ich jetzt sie die ganze Zeit Perle nennen ey Perle Digga wenn du zu wär weg lieber eh was hat sie gesagt ich hab nicht Lukas wenn ich du wär 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 ich wie soll nicht du sein ich dachte so ein bisschen train so Lukas so siehst du aus hast du gut gemacht hast du gut gemacht ist die Türkin ist die Ausländerin ja geh mal weg alter ich kicke dich kurz aufs party warte die russe 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 russin halb polen das passt halb polen aber ich bin auch halb russe nicht ja ich bin halt bewusst in der lukas ja auf jeden ich bin der beste seitdem ist gewonnen keine ich hatte lieber sagt doch mal bitte ist da sie versuchen halt jetzt zu klären so wenn sie nicht sehen wenn sie sich auch so nein danke da gehe ich lieber auf die mühlkippe nein nein anselina kummer er sind tipps oder menschen normal sag mal dein insta-com-bieter egal egal Prozent wenn du in der Kartoffel wärst dann wüsst du eine Schichter-Poppe hübschel 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 verscheidst du so rein der kleine alle mädchen auf unserer schule hat sich schon durch oder ich bin der größte antelina antelina mein vater verdient millionen im jahr das stimmt echt ich schwörs euch die haben drei spielhallen oder so die haben eine jacht auf mallorca die hat ein typ nein schade angelina und dein vater ist ein dieb hat die sterne vom himmel genommen und in deine augen getan da war wenigstens besser der war wenigstens besser als der von ähm whisky ne war gar nicht so schlecht der war echt gut ey ich geh noch schlechter ey jungs ne noch was soll der gesammelt das geht nicht ich nehme whisky hops ich muss los ah ah whisky hops genommen ey anselina ja wenn du wenn du eine kluge wärst nein du siehst du eine kornkluge irgendwie schlecht hörst du die als wisst du mann dass du solche sprüche benutzt Junge er ist elf na viel haha also lila ja ich bin vom hö ich bin vom tf darf ich deine hupen testen JOOH Alter Menju da er der war sogar meine Bette oder? nein 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 der war gut hat nur nicht ein Punkt Angelina? ja du bist so verformat ja ja ich glaube nicht alexa alexa die hohe ist nicht drin alter und wie viel gabst du die frösser das ist einfach zu heilern und deine freunde die einsamkeit Lerda Schmerz Schminkstuch Du bist es auch gekleppt, Penner Sojo, Hallam, Lebes Sojo Oh Leon, ich habe mich richtig gut, aber der ist zu wild hat gesagt du wärst der große stadt der ganze welt er meinte dein arsch ist so fett leon leon die rosen sind rot münzen sind geld ich habe mir eine pizza bestellt kommt her und lege dich drauf denn auf meiner pizza fehlt noch der lauch ja du hals nur wenigstens bin ich gar nicht wie du die ganze zeit runter aber hallo ich bin ein möbelpacker kann ich die liebe schwarz ist dass wir auch egal wie groß der rein muss er doch ja dann auf jeden fall nicht erst so klein angelina angelina sagt mir jetzt bitte sagen von meiner freundin ein insta sagt von einer freundin egal welche er will ich auf jeden fall klären ich will wissen sie sich auch nicht nur eben weil ich glaube ich auch wenn ich kann das ist ja da gibt es gut oder wird auch ich habe nur eine frage wenn du wissen willst wie sie auch so auf den anderen nach vorne was sei er weil er nicht mit ihrer freundin gucken wer er wollte man kommt ein weiterer der schule seid ihr auf der europäischen ja um der lukas gymnasium ja wir sind privatschule weil mein vater bezahlt für lukas mit weil er ist ja so jung wir sind auf pgs privatgymnasium schule privatgymnasium stadtkrone du affe meine ich doch auf kuni ich bin ich auf kuni ich bin gleich auf dir ich schwöre sogar ich und leon sind auch wir privatschule das ist aber so eine privatschule das ist sehr schön nein leos vater ist reich zu zenten mein vater von vielen ja hey angelina was ich kipp's auf ne ja wir geben nie aufhören ne ne er kann euch sagen wie es aussieht ne denne ist auch raus rechtlich zu schauen aber auch noch ein Prozess war er und er hat gesagt dass er sie geklärt werden sie sind und nur und hier ist es so ja auch für jeden wir haben alle wieder für mich in den Nürnberg oha auch noch und vor allem zu tun leute ich meine Arten nicht also ich war es meine Geschichte von der Welt dem ab dem Arten ab zu mir mal war ich bin ein Wettbewerb an ich stand auf einem Herrn hat dann gesagt und der vater von dem war der beste freund von meinem vater nein es war oder es ist noch es ist noch aber ich steh nicht mehr auf ihn mein cousin hat mein vater gesagt mein vater hat dann extra essen ausgemacht das ist so gemein gewesen ich schwöre ich hätte sein so umgebracht warte 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 ich hab's jetzt nicht gecheckt du warst in jemanden verliebt ja und dessen vater war der beste freund von meinem vater ja ja und denn jetzt hat mein vater zu und mein vater dann ja okay das ist hartniss denn ist du ihre nutzer aber sonst denn es hat sich verändert also ich habe mir mein fernseher geschlagen der ist kaputt scheiße wie findest du leonie warte leonie leonie ich kenne leonie ja wie heißt sie mit nachnamen warte warte ist diese leonie wo die gräfen oder oder wie das heißt ja jetzt sind wir wenigstens mal alleine hier in der party alter leonie ich habe mich halt nicht alles ich habe mich halt jetzt erst wirklich gehört ne denn es hat sich gehört mit es kann ja das ding ist denn es so richtig fies und das ist mein vater und ich beleidige seine ex und die ganze zeit für dich wenn ich auf dem schulweg war hat mich die ganze zeit angeschrieben und fragen über dich gestellt und ich hab mir nett geantwortet obwohl es gar nicht so war okay dann will er war schon so alle anderen nach dem herr er hat gar nicht gestimmt haben nur damit du gut dasteht Aua, das tut mir weh. Ja, sorry, es ist halt einfach so. Das tut mir weh. Leute, das Ding ist, würdet ihr mich sehen, würdet ihr so denken, ich bin so zu selbst oder so vom Ausdruck? Sagt doch einfach klein scheiße! Insta-Name! Nein, mach ich nicht! Das Ding ist, ich hab halt nur scheiß Bilder, ne? Ist mir auch scheißegal, dann poste es doch nicht, wenn die scheiße sind. Deswegen hab ich ja auch einen privaten Account, aber kapot. Ey, Leon, Leon, du hast die Hoffnung schon aufgegeben, ne? Äh, ich bin grad auf Google, ich google grad, er macht Sprüche. Ey, Leon! Ey, Leon! No joke! Ich hab das auch schon gemacht! Oh, mein Scheiß hab ich, Digga! Guck, hier ist sowas wie... Äh, hast du ne Haftpflichtversicherung, du hast mir grad ne Bolle in der Hose gemacht oder so? Ach komm! Lukas! Ja, wer ist das? Hallo, ja, Dennis, ja! Ja, Dennis, Alter! Genauso sieht's aus, ich mach deine Freundin glücklich! Kissen! Aua! Ey, Angelisa! Ja! Sag doch bitte, komm! Du, warte, 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 guck! Warte, wir machen jetzt ne Abwachung! Ich schreib auch nicht mit! Nimm, halt die Fresse! Ich hol den für Lukas! Ich hab den ja auch neben mir liegen! So, du sagst mir dein Insta, nimmst meine Abo-Anfrage an und nur für eine Minute und dann kannst du mich wieder blockieren, okay? Nein! Nein! Er muss eben alle, er muss eben alle, ähm, Bilder abscreenshotten, ne? Nein, absurde! Warte, warte, Leute, ich denk nicht wieder so viel, ich muss gekickt werden! Was? Sie muss gekickt werden? Ja! Ich glaub, er hat das selbe Wort mit F. Junge noch, Darmie, du kennst die Bolle! Ich glaub, er, sie muss das selbe Wort mit F. Am Anfang! Ich schicke! Ey, Leon! Hm? Das Ding jetzt so was zieht halt bei mir nicht wirklich so! Okay, warte, warte, warte! Ähm, Alter, aber meine Mutter hat mir geschrieben! Hallo! Meine Mutter ist betrunken! Wer vergrößt grad ein Headset? Das sind eure Eltern! Hallo! Ja, was, hallo, hi! Wie alt sind eure Eltern? Wieso wirst du das wissen? Äh, mein Vater ist... Meine Mutter ist 38 und mein Vater ist 39! Meine Mutter ist 32 und mein Vater ist 33! Wow, ey, yo, leeren Eltern sind über 50! Nein, meine Mutter nicht! Mein Vater ist 62, Alter! Aber es reicht mir keine Ahnung! Ja, das ist 42! Meine Mutter ist 49! Ja, okay! Ja, okay! Nein! Die Fresse! Ich rede grad! Ich sag ganz Angelina und die Antworten doch! Hä, ich hör dich halt einfach nicht! Ja, Angelina! 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 Ja! Bist du, was für ein Fan bist du? Äh, Fußball-Fan oder? Sie ist Bayern! Sie ist Bayern! Sie ist ein Fan von mir! Yo, Bayern hat ja heute überrasiert, ne? Du Schleimer! Du bist Dortmund-Fan, du Idiot! Reagier wieder auf Landstatt, okay! Komm, ich schäm dich! Das ist klar, was du ich und Leer sind beide Bayern-Fan, Leer und wir sind auch Bayern-Fan! Ja, normal! Wir sind auch auf Privat-Gonassium! Ach, sie hat keinen Bock mehr auf uns! Warte, bei Lukas, der andere Sprüche! Du filetriert dein Opa, ja! Angelina! Hast du sie gek... Was ein Hohensohn? Keiner hat ihn jemanden gekickt! Doch, er hat er sie gekickt! Wer? Das hätte er nicht verlassen, ich kenn ihn! Ey, Dennis, sie hat verlassen! Ja? Ey, Dennis! Ich geb' euch mal so'n Tipp, ne? Hm? Ja, sag' nicht gleich so'n, was wir packen wollen oder so, Digga! Ey, Dennis! Ich schwör's dir! Ich geh' mit in die eigene Party ein! Leon! Ja? Oder, nein, Dennis, Dennis, ich kauf' dir morgen ein Skin für 1000 V-Bucks! Oder... Ich kauf' dir was für 1000 V-Bucks im Spind, ja? Ich bin mal kurz! Und du sagst mir dein Insta oder ihr Insta! Ne, und die haben alle kein Pop! Lukas, besser einmal spreche, okay! Ähm... Ey, ich hab' einen! Warte mal! Warum bist du noch bei mir zu Hause? Du sollst schon längst in meinem Bett sein! Lass' mal kurz gucken! Warte, ich geh' mal kurz Spielchat! Lukas? Man, ich will doch nur wissen, wie der aussieht, Mann! Was habt ihr denn alle? Äh... Lukas, ist ja gut, den ich gerade gesagt hab! Der hr ist okay! Hallo! Hallo! Dino, Leon, schaffst du's nicht, mich anzuladen? Na, ich hab' geguckt! Dennis spielt mit, aber wieso ist er nicht in der Partie? Äh... Ich glaub' wir ein bisschen abgefuckt! Oder Lukas? Ja, seine Cousine ist einfach zu heftig! Sie nimmt uns die ganze Zeit Hops! Aha! Ich nehm' sie gleich Hops! Aber bei mir zuhause! Ey, not army, kennst du Dennis in real life! Ja! 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 Ja, so! Hast du, äh, hast du Instagram? Ja! Wohnst du bei Dennis in der Nähe? Ja! Kannst du mir mal Dennis Insta sagen? Ich weiß nicht, ob er Insta hat? Ja, er hat Insta! Warte, ich schau' mal! Ohne runterschießen mit Armin, ne? Ich bin eben so! Warte, hab ich vorher grad Hops genommen, ich komm' rein! Ich weiß, er hat die 220 ergeben! Hast du, woher weißt du das? Ich komm' hin zu! Oh! Hallo! Hi! Nein! Ich sterbe nicht an Dennis! Oder hast du von der Cousine Insta? Nein! Nein! Oder hast du von irgendeinem Freund von Dennis Insta? Ja, ich hab' ihn gefunden, glaub' ich! Ja! Ja, ich hab' ihn, ich hab' ihn ja! Ja! So! Warte, warte, sag' mal jetzt, sag' warte! Detektier' mal! Dennis Pauli! Ja, detektier! Großes D! Alles klein und alles zanggeschrieben! Dennis, was? D-E-E-N-I-Z D-E-N-I-Z Ja! Dann Pauli mit P-A-U-L-I Alles klein, aber zusammen auch! Ja! Er hat schon 187, wo viel will! Meister lädt mich den Partian! Ah, mit seiner Cousine! Jetzt wird's geklärt! Dennis! Hast du zufällig, äh, Dennis Pauli? Hast du zufällig, äh, Dennis Pauli? Nein, warum? Ah, nur so! Warte, ich gehe zufällig, äh, was, äh, wie heißt du noch mal? Hä, warum, was ist denn denn das Pauli? Oh, du so auf, äh, Insta heißt? Na, ne, heiße nicht, aber auch, sieh' denn. Wie sieht er aus? Nein, weil, was hat Dings gesagt? Ich hab' den Namen vergessen! Ich hab' den Namen vergessen! Prozent der Kuhl und haben die Bewerbungen Prozent die Erlebnisse zu erheben ja ja so ich glaube das war ein Prozent das ist ein 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 jahr nein heute ich die Kälte ich rausgekommen neue Party aufmachen er guckt jetzt ob denn es wird Ich freu's dir nicht. Ich freu's dir nicht. Hey, Lukas guckt. Hey, ich weiß nicht, ich weiß nicht mal wie du auf's zahlst. Ja, wollt ihr jetzt Lukas noch dazu tun? Ja, nein. Keine Ahnung. Ja, dann schick. Hey, was schick. Ja, klar. Weil ich von mir immer noch neben meiner Sitzung. Hey, schon mal. Hey, ich bin, dass ich ihn brauchen gesprochen bin. Ja, ich tüttel dich nicht. Warte, Lukas ruft mich an. Hilf mich hier. Ja, ich komme. Warte, Lukas. Ich bin bei Dennis drin. Ja. Ey, mich nicht killen, Dennis. Ah, du bist du okay. Warte. Ja. Ich lade dem Lukas in die Party an. Ich kann ihn vorschlagen. Er schießt mit RPG auf mich. Nein. Was, nein? Egal. Warte, warte. Sag, die sind nicht in der Schule. Hä? Steh? Wirklich? Was denn? Sag ich dir ganz sicher nicht, Dennis. Schwör? Nee, sagen wir alle. Nein, sag ich nicht. Willst du mich verarschen? Nein. Äh, äh. Gar nicht. Äh. 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 Das Musen hat grad sehr viel Vertrauenswürdiger gemacht. Äh. Fackt Lukas noch oder nicht? Ja. Nee. Dann hast du halt einen. Hab ich. Ich schwörste, ne? Hey, ist da Lust, Alter? Ich schwörste. Der Lukas ist so behindert, als er mal anmachen. Aber ich auch. Ist er wirklich ein Fassvoll? Ja, ist er. Ihr wisst schon, was ein Fassvoll ist, ne? Ja. Doch, hat er schon. Wett ich. Wett ich. Wett ich hat er schon. Leute, wo wohnt ihr? Ja, ich glaub du in Dortmund. Ja, eben. Schau, ihr seid sogar voll weit weg, aber Kopf hoch. Ihr seid acht, ne? Wo und ihr? Ich wohne da, wo denn es wohnt. Boah. Ich wohne zwei Stunden von München entfernt. Äh. 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 Ja. Kennst du Reutheburg? Wer? Turo! Nein. Reutheburg! Leutheburg, dein Leben! Noo! Oh, dann bin es so! Ja, das kann nicht mal ich vom Namen her also. Reutheburg! m m die 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 ich manchmal so und als einzigste warte wer ist das ja und von gestern oder welcher ja der eine behinderte der nazi ja doch er ist nur er ist nur er ist nur zu nicole so ja ne komm bitte nein warte mal kurz warte ich muss dir kurz sagen warte hm ja ja wem ne ja er denkt sich auch nur so oha voll fies einfach so bitte warte ich habe keinen Bock auf den es ist im Weg warte warte mal warte mal warte mal warte mal ich war gar nicht mehr dabei glaube ich wo Nicole dabei war doch das ist ein Mädchen ich ich weiß ey wer kommt bei mir rein ah mit lukas warte hm du musst ihn erst einladen ey leute wie heißt er ja nein ich habe spieler vorgeschlafen nein ich komme ich komme laden uns armee ein laden uns armee ein laden uns armee ein ey wo du lebt du bist doch noch am island laden uns armee ein wer dann hättest du den armen ja denn es ist nicht immer ja gleich hat sich auf Insta ich weiß wir sind woher ich spiele schief weiß was das Ding ist deine Cousine hat dich nicht abonniert ich weiß hat sie mich gestimmt hä guck mal das Ding ist einer sagt ich soll auf Live-Feed reagieren ne schau mal und da schreibt er aber nichts rein ja Lukas hm würdest du du das Gute anmachen schau mal ja ehrlich schwierig warte ja ja er ist ja eine Party ja gut mein Wort war nur so tier kann sie nicht mehr in Sturm ja äh kannst du den in Sturm ja gut ey lass mal noch Armee an diesen Pirschen ah das ist Adem in meiner Klasse doch mal so eine Frau auch gemacht ja super wer hat dich nicht gemacht sorry für den Spro aber ey Dennis kennt ihr eine Ali Randa Wer ist Ali Randa Alter bin ich Hanze gehört ich bin eine Ali Randa Ali Randa Händler nur Andra Ali Randa Ali Randa Nr 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 über Nr 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 herr junge das einzige mädchen mit dem dusch hat es seine mutter auf jeden hallo dennis schon traurig dass du wissen wird wenn ich stehen ja er ist er nicht wie sie haben wir wollen die aber kommt das macht Spaß was will ich Junge wer ist das für ein Spaß Teil Stefan ist drin mein Stefan nein Nein, ich kann nicht schießen, meine Pumpe. Leon sagt der, der in meinem besten Freund immer war, ne? Hä? Sagt der, der mal in Pia Winterkampf war. Pia? Wie denn das hat schon ausgaffst du, nur wegen dem Namen? Und jetzt? Ah, nix. Ah, nix. Ah, nix. Ah, nix. Alles wird in deinem Schritt. Lukas? Ja? Aber ich kenne deine Taktik mit zu klären. Ich kenne sie nicht, weil ich keine Freundin will. Du Spaß die. Ich kenne sie aber. ab und können sie halt aber ich brauche keine freundin Alina Anzina Gideon und Schaumler die Räume und Schale denn es mit Korn an die Nahrung gleich zwei langsorten nur ich habe einen mit einer hey nur ich hab ein was du brauchst du irgendein skin aus fordheit also brauchst du irgendwie wie bachs oder so ja ja würde es dir reichen wenn ich den 800 skinn holt warum du gibst mir ihr insta und als ob er unbedingt wissen wir ja welchen ich kann nur 800 und heute ist kein gelachter hat das im sinn das ist heute 800 dieser eine schütze aufklärer dieser nigger war überhaupt schon drei tage lang gefahren ist ja schon länger heute ein skin hat für sie wie viel wie wachs zu kaufen würde ich jetzt einen namen sagen auf den also den aber ich würde mit hausen kann ja wenn du mir ihre nummer gibt sogar ins würde ich den namen sagen ja also auf den jungen der halt hot ist würde sich einer von den zwei jungs jetzt hoffnungen machen da geht es nicht nein der heißt du hast die verhandlung der welt ich sage weder noch mehr ich sage das nicht das ist in der ersten m allein dieser namen schande die fressen Ich hatte schon sieben Teils, Alter. Ich hab schon sieben in der Grundschule. Traurig. Also sieben aus der Grundschule im Bett. Ja, ja, genau. Wer weiß. Wie viele davon sind wir? Okay. Er wurde so. Er war aber wie wie kann man werden? Wie geht das? Da steht er. Lukas. Ja, ich weiß schon, aber muss man dafür eine Zieleappelstück geben? Oder müssen wir sagen... Okay, denn es ist das ein paar Tausende übernommen. Okay, haben wir zu, haben wir zu. wie die machen ich weiß ja ich weiß nicht ob ich noch schicken kann weil ich schon kauft doch ja kann man ja doch mal ich muss gucken du bist warte warte bevor ich irgendwas machen gibst du mein handy ist eh alle ich kann ich mir schreiben und wenn sie nicht annimmt dann kauf ich dir noch nicht erst annehmen und dann bei mir auch annehmen weil es mein geld ja angina 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 nein und lukas ja ich weiß eh die antwort aber wer ist der beste freund angina 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 und ich weiß nicht ich weiß nicht ja nicht nein oder wenn du nicht sagt so dann komme ich mir selber 10.000 ja ich hoffe ich habe mein vater anrufen ich schwöre aber ich möchte erst mal einen namen wissen von insta dann muss sie annehmen und dann kaufe ich dir wir machen so ok ich hab dir den namen von dir sie nimmt mich an du gehst schon mal da drauf auf meinen Namen und wenn sie dann an dir an nimmst klickst du auf verschenken aber sie darf auch nicht wieder blockieren machen und die müssen wir auch einnehmen was soll sie nur oder schock Lukas ist doch mein Geld also deswegen muss sie bei mir auch annehmen so ich habe euch jetzt alle entstummt ich habe euch jetzt alle entstummt okay okay ey ich komm mit tausend wie man selber nur dumm Lukas was kannst du dir in den arsch schieben ok und zahle ich dir lieber persönlich als irgendeinen namen her zu geben ok rauer leonianer dritten hahaha die den tittenbild geschickt hat war das die ja die wurden in dortmund jungen tatenfreund und weiß du bist du oder so wie die ist auf dem goethe junge guck also auf nichts ne wir schreiben so ganz normal auf einmal schickte mit tittenbild ja genau wetten sie mal recht nein hat sie echt geschickt hat sie echt geschickt wir hatten nicht mal was lukas lukas haupte sie warf komm ja schau also m bürger das ist noch mal schicken meinten so mittelmäßig bist du dumm die hatte größer als deine mutter du hast mir vor drei monaten gezeigt oder so oder vor ein monat keine ahnung schon traurig das jungen wenn du dich mal auf den kippen start alter naja also so die meisten jüngste kennen die schon so eher so auf dem arschen ja was für ich was für ich ich hab das nicht geschickt bekommen er hat's geschickt bekommen aber ich hab nicht nachgefragt und was anderes was also dennis ich kaufe mir dann jetzt selber ne nö ich nö ich nö 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 no nö nö du hast meine antworten wenn ich euch meinen namen geht wer schießt runter hey du darf mich nicht hören dass mich unterdrücken angelina ich kauf dir tausend wie wachs also ich habe mit was nein brauche ich auch nicht okay ich kaufe dir ein skin wenn du willst angelina und ich brauche bitte wenn ich gesagt nicht erwarten jetzt bei allen wachern jetzt aber wählen man sagt nicht was bei mir und war so war so ist du sagst nicht was bei mir zieht weil sonst klatschen steht was ich helfe das Ding ist wenn die mich wirklich ohne Scheiß an die mich sehen würden auf Insta oder sonstigen ich will einfach mal so aufhören wie wir aus der Party rausgehen ist mir auch scheißegal aber du darfst es dann nicht blockieren auf Insta, okay? Ey, ich kriege ja Werte-Pars, ja? Wer denn es? Ich kann mich nicht in den Party warten Digga, Dennis, du meinst, ich kann mich in Kohle bei Familienparte nur so, aber guck, so egal wer Geburtstag hat Oh mein Gott, bist du low, Dennis Ja, ey, Dennis, du musst aber jetzt auch die Epic Games an Folge annehmen, wenn ich hier schicken will, ne? Ja Ja Was, hey, wo, hey, wie war's, wo, was? Wir sind noch nicht auf Epic befreundet Ja, muss doch nur für drei Tage auf Epic befreundet sein Nein, aber du musst mal eine Epic, du musst eine eine Freundschaftsanfrage annehmen, auf Epic Ja, wo, na, warte, Mann So Ja Andere, ne? Auf, ne, ne? Ich würde schon, ich könnte es jetzt schicken Komma rausseger Luka, ich gebe dir das Geld eh wieder Ich geh' dir erstens in zwei Tagen erst Was hab ich gesagt? Egal, ich kaufte den in zwei Tagen, safe, Wunder Pro Hast du die 10 Uhr verengelöst? nein noch nicht ich mach das nicht über die psf karte von kiosk jetzt krieg ich not army by the way aus dem klaren ich komme gleich wieder in die partie laden und fein dann hallo ja ja was soll das ich habe vorm als wir gestartet haben oder ist reingekommen das habe ich zu dir auch gesagt dass wer runter schießt der aus dem klang gekriegt wird und schließen schon das dritte oder vierte mal runter mein bruder war da mein bruder hat mir immer kontrolle aus der hand gerissen hat hat sich hat irgendjemand runter geschossen also ich bin gerade an falsch haben gestorben weil mich jemand runter geschossen hat du oder das war mein bruder glaube ich weil er jemand runter geschaffen sagt dein bruder noch einmal dann kicke ich dich aus dem klang ja okay so hat sich denn es offen gestellt keine ahnung wir beide ja okay denn es abpacken also lukas ist jetzt mit dennis tour mit ne ja ja dann ja das ding ist leute wollten mit mir damit sein aber die waren halt nicht so gut weißt du und jetzt wo ich halt diesen klaren habe so gute spieler drin sind da habe ich ja was habe ich größere auswahl ja für was meintest du du mit wie ja weil du anscheinend dennis mit lukas lukas ist ja dann ist mit lukas du mich ja wo nein normal du und krähte alles turniere also alles was mit zu tun hat heute war irgendwie gar keiner da irgendwie zum zimmer da so dumm dennis so dumm dennis so weiter geht es noch die fünf runden unter weil ich ihm halt immer noch nur aber jetzt ist die frage wenn wir wieder noch 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 kraft wenn wir dann auch den fünf runden noch spielen kann schau ja dass sie trotzdem noch spielen kann ich spiel für morgen wo bist du hier ich bommel stein hoch ja da bin ich das oh man immer spitzack in die hand ok vier bommel stein ich bin auch gesehen da ein reißiger noch ein 32er der geradeaus hat ja das ist dennis dass das ist dennis und der tippt von mir dass ich mich gegönnt ich habe noch gemacht er denkt sich gerade machen dann muss er in die partie reinkommen ich sehe auch da unten schießt du von oben mein gott ihr sollt auch team ja sagen kann denn es ist erstellt wieso stellst du dich offline in einem jahren wo bist du ich brauche wieder mit stein hoch du bist auch von der falle gehütet ohne runterschießen immer noch ich bin mega laut du darf mich jetzt nicht kennen wie viel leben hast du komm mal ran auf meter in real life durch schweinlöke und schweinlöke 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 äh ding äh 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 fahrt hattest du warum warum Okay, was sagst du denn? Hä, ist jetzt Lukas alleine mit deiner Cousine an der Party? Der flirtet bestimmt, Digga Ja Obwohl Lukas erst elf ist Nein, das ist nicht elf Ich geh auch mal rein, ne? Ich war risky Ja Na, Lukas? Ey, Leo, verpiss dich mal! Hey, Junge Lukas! Ey, hallo! Chill mal! Dennis! Komm mal rein! Was ist dir passiert? Ihr hattet ihr Herz zu ficken! Haha, ja, aber ist ehrlich! Ja, geht nicht! Wer nicht! Wer nicht! Alle, wer überhaupt dabei hat ich gehört? Ich hab gehört, ich muss jetzt euch beide wieder stumm, ich muss mit dir allein reden! Halt den Maul, das meine, nicht deine! Das ist meine, meine Cousine, das ist meine! Meine Cousine, das ist meine! Meine Cousine, das ist meine Cousine! Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, das ist meine Cousine! Ja, sorry! Ich hab die ganze Zeit gerade, aber die hört euch nicht, also! Hm! 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 Warte mal, ich muss kurz was klären! Ich bin gleich wieder da! Finger weg, Lukas! Ich bin gleich wieder da! Hallo? Du weißt was passiert ist, ne? Na, besser ist nicht! Du hast mich runtergeschossen! Habe ich nicht, ich hab Dennis runtergeschossen! Du hast mich runtergeschossen. Hallo, du hast mich runtergeschossen. Ich habe Dennis runtergeschossen. Du hast mich runtergeschossen, aufs Lügen. Hä, was glaubst du? Ich bin wegen dir gestorben. Ja, ja. Ja, was, ja, ja. Ich habe Dennis runtergeschossen. Mich, dann aber auch. Hä, nein! Doch, ich war letzter Gegner. Ich habe mich gerade drüber gebaut zu den Steinen. Zu den Steindingern. Hast du da oben die Platten gebaut? Die Steinplatten. Ja. Ja. Du, hast du auf einen da... Er hat mich wieder runtergeschossen. Dennis. Lass Dennis mal nochmal in die Party. Ja, ich kriege ihn, ich kriege ihn. Komm, prank ihm mal einen Kick. Er sagt, ich kriege ihn. Gleich. Er kommt schon gleich in die Party. Wir laden ihn einfach mal ein. Dennis? Dennis? Ja, ja. Da hat der Dennis keine Eier mehr. Er redet nicht. Ja, ja. Dennis? Ja, ja. 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 Dennis. Das, wir spielen zusammen mit Timon. Du hast mich gezielt. Dennis? Ja, nicht auf mich schießen. Ach so, ja. Das bist du, hey. Nein, er ist so low. 20 HP. Der Dennis, ich kick dich jetzt aus dem Clan. Ich habe dich die ganze Zeit ein Party, Herr Robio. Ich kick dich jetzt aus dem Clan. so willst du warum schießt runter wir haben gesagt war und ich gehe da mal quitten jetzt kommen wir es gott kommt okay doch wir gehen in die party dann lade mich gleich ein ich hab ihn nicht lukas ich glaube dass ich stress oder schläge lukas fängern warum habe ich die beiden nicht sehr nicht bestimmt für ihr habt ihr habt ihr gestohlen leon 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 beredet sich weiter ja mir war es schon aus der lukas auch für das in der reihe ich habe mich gar nicht sicher aber ich bin ja nicht mehr ich war da Nein, ich hab die Wunder gesehen. Eigentlich nimmt auch Herr Vapor, ne? Ah, die Fresse. Ich will euch erzählen, dass du das nicht erzählst. Nö. Ich zeige Ihnen, dass ich das nicht erzählst. Doch, wie die Komplettflube. Das sind Spastik. Die Nachricht kommt wahrscheinlich erst morgen, heute Abend an. Aber das mit den Nachrichten, mit den Philokonieren, ja, mit dem, das war eigentlich echt mehr Alkohol ist Philokon. Aber, äh, zusammen. Ja, okay. Das war Frieda. Sie hat mein Handy weggenommen und dann hat sie es geschrieben. Das ist nicht ernst, dass meine Haarspensfrau gerade drunter wird. Ähm, das ist ja nicht so weit, ja. Von meiner Seite, aber ich weiß nicht. Sie hat zumindest geschrieben, ich weiß nicht. Also, mach dir bitte jetzt gerne. Ja, ja, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Genau, ich will, ich will. Ja, dann hast du gerade einen Spaten, da hast du abgehört. Und ich höre. Wir können auch, äh, gerne, morgen, hier, wissen wir. Oh, wir können auch gerne. Morgen zusammen. Ja, eigentlich, ja. Und Zeffi. Und ich, ich bin Joky, ein bisschen kritisch dabei. Ähm, wenn das nicht geht, ich schreibe dir mal auf, dann, äh, können wir, äh, und mein, wie viel kommst du am? Ja, oder um wie viel kommst du am? Ja, oder um wie viel kommst du am? Ja, um wie viel kommst du am? Ja, um wie viel kommst du am? Ja, um wie viel, kommst du am? Dann, 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 dann... Ich vergereine Achtung, 50 Kilometer. Ja. Ja. Ein Freund von mir hat auch eine Freundin in München, und der fährt auch jeden Sonntag, doch, ne, das ist ja, oder? Keine Ahnung, aber die, die heißt nie, na, die schon... Tja, ja. Zja, ja. Zja, ja. Tja, ja. Jeden Donnerstag, jeden Donnerstag, jeden Samstag, fährt am Morgen mit der Barna hin. Tja, ja, ne, keine Ahnung, aber die, die heißt ja, die schon... Tja, ja. Tja, ja. Tja, ja, mal, die sind nicht hier. Ja, das ist nicht hier, Alter, Alter, ja, halt nicht. er nun war er in der ungebung aber auch hier die johann du kannst das spielst du überhaupt man spricht ich bin da mit der erinnerung mit vortragten um sie sind mal ein stumm hat ein also das auf was auch er hat trotzdem du hast gesagt du spielst seit gestern und du stehst einfach offen auf dem feld rum du bist auch ja 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 ey der hat 10 hp guck mal wir sind beide lost, passt doch ich komme weiß ich muss kurz zu meinem hund halts maul Nein, nicht zu dir, es war nur eine Cousine. Ey, haben wir vergessen, Nord-Army einzuladen? Warum? Hat er jetzt Spaß? Was hat er? Spaß, was hat er? Was hat er? Oh, süß. Die soll mich mal stumm, die alle Fotzen. Ey, Annalina, ich lass das einen ein, äh, Sie bitte einladen. Annalina, Annalina, lass den einen, ey. Alter, meine Hund ist auch stumm. Dennis, mein Hund hat sich fast auf der Trink. Ey, Lukas, sei mal leise. Was? Mein Hund hat sich beim Laufen fast gewählt. Was hast du? Ich hab das ausversehen stumm gestellt, glaube ich. Okay. Ne, ohne Scheiß, bleiben wirklich ausgesehen. Okay. Musterfelser. Musterfelser. Hey, wie alt ist dein Hund Dennis? Ach so, ja, dann. Ach so, ja, dann, wort ein Letzter. Schala, 5. Wee, oh, mein Hund ist nicht mein Ja, Alter. Wer redet dich aus dem Mund, Alter? 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 Die reden von dir. Meine meine Schwester ist 15, Juni. 4. Wie viel? Wie viel? 4. 4. Ach so. Wie krank drauf ist, wenn man nicht mal weiß, wie alt sie eine Schwester ist, ne? Die Bräste. Du hast keine Geschwister, du musst du so einen Scheiß nicht merken. Ich weiß, an welchem Datum sie geboren sind und an welchem Urteil. Das reicht, du. Aber du weißt nicht, wie alt sie sind. Doch. Joel ist 1, Anastasia ist 4, Anastasia ist 2015 geboren, Joel ist 2018 geboren. Joel ist um 12.38 geboren, Gina, Anastasia ist um 11.06 geboren, Joach, Anastasia ist 15 geboren, wenn irgendwie flue, also passt, ne? Ich wohne, ich wohne, äh, 18, 7, 9, 5. 5. 38 geboren, ne? Das reicht ja wohl. Habt ihr den zweiten Arm? Ja, ich hab 5. Ich hab 5. Sag mal. Ich hab 5. Ich hab 5 Schwänze. Ja. Ja, genau. Ja, das kann 5 Scheiß gleichzeitig ficken. Ey, guck mal. Guck mal, das ist schon, Leon, du... Ich hab geschissen jetzt. Ich hab geschissen jetzt. Ich hab geschissen in dein Gesicht, Alter. Habt ihr alles verlassen, ne? Vor allem Lukas, du sagst es reingeschissen, ne? Sagst du? Ja. Ich? Hm? Nein, mit dem Spruch hast du jetzt grad reingeschissen. Ja, Lukas, du hast bei ihr reingeschissen. Du, 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 du. Wer sagt, dass... Was? Du, 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 du. Wer sagt, dass überhaupt von euch einer bei mir reingeschissen hat? Ne, Leon? Ja, du... Ja, du... Ey, ich bin das höchste Level hier. Von uns drei. Ey, komm mal her, komm mal her, ich hab ne Waffe für dich. 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 Alter, denn... Ich hab auch ne Waffe für dich. Ich hab ne Waffe für dich. Was, komm halt deine Klappe. So unrechtlich. Was? Ja. Also, sie sind manchmal so richtig so unnötig. Hier ist noch eine Waffe. Ja. Ich hab ne Waffe für dich. Ja, ich hab ne Waffe für dich. Ja, ich hab ne Waffe für dich. Ich hab ne Waffe für dich. Ja, da haben wir Glück, dass wir immer unsere Waffe dabei haben, ne, Lukas? Oh, ja. Komm, Digga. Schöne mal deine Lage. Oh, ich hasse es. Ich hasse das. Ey, Lukas. Nein. In den drei Minuten, wo deine endlich gemacht haben. Hey, hey, das ist mein Spruch. Hallo, das ist mein Spruch. Den hast du dir von mir vorher abgeguckt, ne? Vielleicht. Vielleicht auch nicht, ne? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht, ne? Genau so ist es. Der Lukas hatte Laura, der Klinge locker. Ja, weißt du was? Sieht man in deinem Netz, du Affe. Locker. Hey, guck dir uns zu? Ja. Brauche. Jetzt könnt ihr sehen, wie ich scheißig bin. Okay, ich guck dir zu. Ja, komm, genau. Ja, komm, genau. Ey, man kann ein Double Pump machen, ne, Angelina? Angelina hat drei Pump und so nach? Ja, man kann auch Double Pump spielen, oder Triple Pump. Ich seh's. Ich bin nicht blind, man, ohne Scheiß. Ja, super toll. Sonst fühlst du ja das große Ding in meiner Hose nicht seh, wenn du blind wärst. Ja, schlimm. Scheiße, der war so scheiße. Der war echt schlecht, ne? Ja. Über das ist eine Kiste, da wird die rota schickst du nur draus. Übrig. Naja, ich fühl ich kann echt voll schickiger. Es gibt auch L2, da zielt man. Ja, halt. Nur kurz. Wenn und wenn, dann. Was hat er grad gesagt? Wohl, ich verreck dich jetzt nicht extra. Ich versuch schon. Nee, aber Dennis jetzt mal ohne Scheiß, gib doch zu, dass ich jetzt nicht will. Ich versuch schon. Wohl, ich versuch schon. Nee, ich versuch schon. Möhm, ich versuch schon. Die sind doch nicht voll Sinner. Komm. Schöne. Die sind doch nicht volliös, komm. Du sitz ein großer Bruch auf der Welt hier. Mein Arschbruch muss dann ja auch. Komm. Schön. das kann ja bei denen jetzt wo ich noch spiele da kann ich beweisen dass ich sie mag ja da da mal ich möchte ich will ja das ist ja noch nicht so sie wird sie holt jetzt alle er ist ja genau ich bin ich zu sehen von mir du siehst du siehst du siehst du siehst du bist von mir kriegst du siehst du wenn du den holst mit dem kampf ich kann gar nicht nur die tägliche an der jemals für diesen bus und gemisch mal hier da der bus vor dir rechts geradeaus ja da ja ich sehe es so viel dazu versteckte ich gefällt mein hund ist so doof ich kann gar nicht rülpsen ihn ich kann das gar nicht ich guckst du leist einmal immer in der schule was du du bist so ein lügner was für ein lügner ich war ja vorher mit lukas allein in der party stimmt aber dann ist auch noch drin weißt du wie viele fragen er gestellt hat wer wen ich gehe mal wissen ja ich will ich komme ja der wimpel von stück war jetzt mehr bei mich als du lehrern also okay warte ich meine party fertig an nehmen wir mal erfahren angelina ich habe alles gehört ja ich weiß jetzt diese ehrenlos nein ich versuche mein hund gerade so kommen die schnauze zu binden so auf richtig ehrenlos damit der wichtig bei ist naja tschüss dann auch von einem freund January Hey, nimm mal meine FA an. Ich hab dir über Playstation geschickt. Hallo? Ja. Hey, du musst auch mal eingeschaltet. Was? Nimm dich schon mal in die Kamera. Ja. Ja, warte. Ich hab da verimpft. Ja, warte. Ey. Ja? Nimm mal meine FA an. Nur Playstation. Warum? Damit ich genau so viel weiß wie Lukas über dich. Warte mal, ich hab da die Nutzung gezeigt. Ja, aber der Stil macht nicht Autogramm, also du laust im Wasser. Wie dumm? Ist ja Autogramm, wenn du da bist. Baut einfach nur die Wand vorher. Ja, hier. Wenn ich oben met. Ich hab' einfach weg. Versuch doch mal deine Mose zu klauen. Ey, wenn es. Geil, auf der Weg. Ey, Dennes. Wenn es. Wenn es. Versuch doch alle Lamm meinen Cousine in die Pace ein. Was machst du denn so rein? Ich hab meine ersten Arme schon. Ey, du bist gerade weg, ne? Ich weiß, was du bist. Mann, ich will wissen, wie sie aufsteht. Warte mal. Du bist haltend und du bist eins, eins, einer ab und zu groß. Ja, nicht 1,380, aber 1,77. Ich hab ja auch, was du schon gesagt hast. Bist du nicht, Lukas. Was war das für euch? Ich bin schon fast die ganze Zeit. Aber du bist nicht 1,77. Du bist vielleicht 1,4. Ich bin 1,77. Wetten nicht. Wetten schon. 100 Euro. Wetten schon. Du bist eine ganz schönes Kugel. Mann, ich hab das für euch geholfen. Ich hab das für euch geholfen. Ich hab das für euch geholfen. Und ich hab das für euch geholfen. Hat das für euch geholfen? Ja, das ist für euch geholfen. Dennis! Dennis! Ähm... Sie ist glaube ich auch noch entschaltet auf der Bühne. Es kann sein, dass er wirklich aufgeschlossen ist. Sie ist doch noch in irgendeiner Hunde. Sie hat gesagt, was sie gibt für die, das kommt weg. Naja... Ey, ja! Wenn man weggehen kann, dann muss das trotzdem mal die Bühne wieder abschalten. Mann, die Frauen will nicht, Alter. Wo kann ich mir nicht? Oh, weiß ich gar nicht, in der Hand! Hast du schon gut in der Hand, oder? Ja, der hat in der Hand, oder? Ja? 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 Zeig ich euch mal ein paar Fragen stellen. Ja, ja. Nimm erst mal bitte meine LFA an. Mann auf! Ja, über 3. Ich habe alle zuerst geschickt. Eine Wut aus Nullmütiger auskommt. Häftige. Hey! Irgendwann sind welche? Slausel. Hundert hält. Schöne? Achso. Warte mal kurz. Ich schreibe halt nebenbei, also... Mach mal an, Jelina, ich lass dich mal eine Party ein, okay? Ja, warte. Komm mal rein, Jelina, ich lass dich auch ein. Warte mal kurz an, Jelina, ich lass mich mal ein bisschen freund, ja. Digga, Adrian! Was ist? Ich stehe ja hier, geh mal in der Gruppe, Alter. Daumen. Ey, Adrian! Äh, weiß schon mal, frage ich schon, äh, die habe ich auch oft genug gestellt, aber? Hm? Warum hast du mich eigentlich mitgemobbt, sag ich mal? Äh, warum hast du mich eigentlich mitgemobbt, sag ich mal? Äh, warum hast du mich mitgemobbt, halt? Nur, wenn du ihn selbst auch nicht magst? Hattest du ihn die Angst, sie dich dann auch mitmachen, oder so? Ja, oh mein Gott, ich weiß genau, was du meinst. Sie sind alle Party, du kannst doch was sagen, Alter. Keine Ahnung, was du meinst. Du hast mich doch immer mitfrauen genutzt, oder? So, ja, man, ähm, den, den hat ich gesagt, kann ich auch nicht so. Ja, wie ich halt aussehen, so, ob ich groß bin, wie groß ich bin, welche Schuhe, ich hab welche Haarfarbe und so. Welche Haarfarbe hast du? Braun, Gold, so. Okay, welche Schuhe große? 36, 37. Wie groß bist du? 1,50, 1,55, keine Ahnung. 1,50 und 14. Ja. Ich bin klein, ich weiß. Äh, du bist in der Zona. Ja, ist mir egal. Ich schau grad auf den Handy, also. So viel dazu. Warte mal. Was spielst du aus der Fortnite noch? Nicht viel, weil ich eher so der Typ so von sportlichen Sachen bin. Okay, was machst du für Sport? Reiten. Und noch so nebenbei so ein paar Sachen. Okay. Aber hauptsächlich Reiten. Hast du ein eigenes Pferd oder Reitbeteiligung? Ich bekomme eins. Okay. Okay. Aha, einer kennt sich auch? Ja, ich hab meine Schwester ein Pferd gekauft. Loll. Wie heißt deine Schwester? Lea. Loll. Alter, Lukas ladet mich jetzt auch in eine Party ein, ne? Ja. Als ob ihr beide so traurig seid und die ganze Zeit versucht zu klären. Du bist sicher, wie ich aussehe. Ich schwör will... Hey, ich will dich halt nicht mehr klären. Ja, aber er versucht's. Ja. Warum wolltest du dann wissen, welche Fragen er mir gestellt hast? Ja, warum nicht? Warum schon? Warum nicht? Warum schon? Warum nicht? Warum nicht? Einfach so. Was glaubst du, wie alt ich bin? 13. Okay. Warum? Wie alt bist du? 14. Loll. Warum habt ihr dann vorher gesagt, dass ich die Älteste bin, beziehungsweise, wo ihr noch nicht wusstet, dass Dennis älter seid als ich? Hey, das hat ja Lukas gesagt. Ja, als ob Lukas nicht weiß, wie alt du bist. Er weiß schon, wie alt ich bin. Aber er weiß nicht, wie er in Geburtstag hat. Lass mal wieder eine Party mit den anderen zusammen machen. Okay. Warte, soll ich dir einfach einladen? Ja, lass uns. Wollt ihr alleine sein oder warum lädt ihr uns nicht ein? Was? Er hat mich eingelassen. Was soll ich denn machen mal? Ja. Mal dein Cousin entladen, ja? Ne? Alter, ich und Dennis frage ich und sogar sage, safe sind sie in einer Party. Ich muss so viel... Loll. Fuck. Fuck ey. Die hier. Ja, sorry. Ich kann nicht mehr hören. Lukas. Wir können uns jetzt noch einladen. Ja, ne? Ja, Digi. Wer sagt, dass irgendwas passiert wäre? Ja, Digi. Wir hätten sich gerade fassen ins Geschick, Alter. Scheiße. Scheiße, Mann. Du bist doch ein Arsch. Nö, nur 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 Arsch. Angeline war ein bisschen in unserer Fortnite, ne? Sein, ich für die Gruppe. Ich gucke jetzt, wie weit man draußen rauslaufen kann. Ich schaue euch einfach zu, es passt schon, ne? Aber guck mir zu! Ne, guck mir zu! hier zu hören Leute was habt ihr eigentlich viele Probleme große Probleme mein Hund ist so ein Spasti frag mal Spasti warum seid ihr alles so low ich hab mehr Leben als du du Esel ja ich war auch kurz weg ich hab auch gerade mit Anna geschrieben Spasti hä darf ich halt nicht mit Mädchen schreiben oder was sagt dass jemand nicht normal freundschaftlich mit Mädchen irgendwas zu tun haben kann meine ganzen freundinnen eifern wenn ich nur mit ihren Freunden rede okay also hey hilf mir mal bitte dennis ja bei mir auch die schneiden mich die ganze zeit ja man es hat mich auch die ganze zeit kommt zu mir ja dann ist sie genau hinter mir das ist die Pusse des ja komm mal was ja 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 Scheiße, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Was ist das? Ich bin jetzt der Leiter. Ich bin jetzt gut, wir können zurück, schau mal. da haben wir nicht die Galerie und das ganze Brunnen und du bewegst die Krasse mehr, ja, ja. Guck doch, ich bin da gleich Krasse. Ja, er hielt ihn. Geh doch runter, er ist unten. Er ist meine Falle. Runter Karne, er ist meine Falle. Hat er Hit bekommen? Nein. Gott, alter. Hä? Welche Haarfarbe habt ihr? Leer Blond. Bloh und... Oh nein, oh nö. Oh, ey, nicht noch einer. Ah, schumnen. Das ist Marcel, Marcel. Lange Geschichte komm holen wir lange Geschichte wäre Marcel ist echt wirklich ach der Oslo, Bibelchech Leon Marcel ist doch nigg ne lass ihn doch aus in der Welt ich hab auch nichts in ihn aber Leon Karte Leon 10 Sekunden ich hab das selbst vertreten ich bin doch schon Karte, ich hab dich ja Junge 3 3 3 3 ja sorry ja ja was die die Gegner sind so fast was die ja Angeli ja was denn ey ich hab 6 Leute genug kann man ja 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 kannst du nicht warte mal jetzt bitte ich bin zu viert du fackst eh ja du kannst mich lachen wenn ich dir nicht sag entschuldige dich erst mal wieder auf die doch kann nicht aber du hast gesagt du überlegst es dir und du hast vielleicht gesagt Marcel heißt ja ja komm du ok was wenn es nein heißt hä warum du Digga das ist doch Team Arena ich will noch ach ja sie spielt ja nicht mit ne ich schau dich zu hä aber sie will mitspielen Angelina du bist in unsere Gruppe ne ja mach mal bereit sie ist nicht unsere Gruppe doch ist sie Mann nicht das kann sie nicht zugucken ihr Esel sie ist nicht in dieser Gruppe ja und was willst du jetzt machen keine Ahnung Marcel lass wir bitte bisschen du oder können die kurz äh was kannst du kurz spielen Nein Angelina spielst du mit ihr mit ihr ich warte kurz Marcel Ja dann komm Angelina sag jetzt bitte mit der anderen Ja komm mal rein Ja bei wem von euch Dennis Ja dein Telefon Ey Dennis Party was an die nachzuhalten bildschirm ich habe mich schon bestellt Prozent zwei Air Force und zwei verschiedene Farben also zwei verschiedene Arten und ich weiß nicht welches ich behalten so was erlaubt meint das ist der Grund jetzt ist sie mir übergetreten okay das geht auch ich mag gerade noch Yoga Mensch ja 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 hat mich heiß ich heiße nicht immer Dennis Pauli ich hab deine Kornas 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 ja ja ich hab deine Kornas nein ich hab deine Leer mit ich hab deine Leer was was ich habe ich hab deine Kornas Ok. Ja? Ja. Da wurde mir geschenkt. Von? Von einem Lukas. Jemals? Vielleicht. Oder von dem Lukas von uns. Nein. Nein. Er wollte mir eigentlich eine Spitze geschenken. Dann hat er sich die selber gekauft. Dann wollte er mir die weibliche Marianne schenken. Hat sich die selber gekauft. Und dann hat er mir den geschenkt. Du? Lern das einfach noch über Spaß. Ach, das ist ja nicht 300 oder 400. Ach, das ist ja nicht 300. Ja, lass über Spielzeit reden. Alone Party, komm. Ja, mach. Hä, warum alleine? Warum wolltest du alleine eine Party? Ja, das bin jetzt du. Und ich hab keinen Bock. Weil ich mach grad noch einen Stream seit ungefähr 8 Stunden oder so. Ich hab keinen Bock da jetzt. Und man kann auch... ...mitspielen. 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 damit viele Leute die sollen auf mich haben und viel übernommen ja 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 Lerner hat so Prozesse keine Ehre warte ich mach ich mach dich eben moderat oder bist du schon bist du schon glaub ich wollen soll ich rennen ja du bist schon noch der win mit null kills beide das war die beste stadt marcel kannst du dich umbenennen oder also von meinen Klan oder nicht ja er trifft auch jeden Schuss ne ja ja Aber was... Du bist ja der Mutter! Du bist ja der Mutter! Die Mutter! Acht, Scheiße! Sehr, Komplett oder die, liga? Er denkt so, er kann gut iridieren, was macht er? Verkacken! Gehst du dann gleich wieder, oder? Ach so, hier ist unser... Duo. Duo. Ja. Dann heilt die Wechsel, Marcel! Ja! Na, was denn? Wie viel kostet das du auch? 10 Euro! Warte! Boah, dein Junge will doch noch mal erst! Ja! 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 Muss wohl gucken! Nee! Boah! 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 Habe ich noch nicht! Ich habe den Radio rufen. Scheiße! Und er hat sich immer immer gelen... Und, dann schickst du mir so ein... So ein Video. So ein Foto, sagst sofort, ne mach gerade Update... ... aber ist ja gerade runtergeladen. Naja... Naja... Denken wir noch mal so lost. Ähm... Ich muss nur in der Zwischenzeit. Ich bin für die Sieben, Achtfühler aber die dann... Sind dann gut. Haben die gut verbessert. Aber die da die Benz ist, ist diese andere, die gerne. Hmm... Wir brauchen auch noch keine mehr zu spielen. Es ist nur Bock, und los die, die zu machen. Ja, ich spiel. immer weiß dass man verkackt ich will nur die ganze Saison was im Team gegen ihn er hat wenn ihr die Püste Aurea Nürnberg und die Hälfte und ich höre kein Englisch und die Hälfte und die Hälfte aber wenn die Hälfte mit der Nürnberg die Hälfte die Hälfte der Aufmerksamkeit er ist auch ganz leise Sons warte ich noch mal ganz laut das kennen das ist ein Baumbach geworden ja ich würde sie so als andere Leise eine Art Nice. Ich finde, jetzt muss ich auch gar nicht mehr Spitzak und Waffe wechseln, weil ohne Zorn macht es keinen Bock, oder? Ja. Das ist halt echt so. Ich habe es halt gut gemacht, weil ich ihn geblockt habe, ne? Ne, Marcel? Der ist low. Zum Wunder. Ja, Alter! Das ist scheiße, Alter, du hast doch viel! Ja, dann hat er sich wieder das Spiel gegönnt. Ja, auch dein Team-Mate kam auch aus. Egal. Ja, das ist dein Team-Mate, habe ich geküllt. Das ist aber egal, weil er ist meine erste Runde gefahren ist. Mhm. Aber ich habe ihn auf die Straße und alles geschafft. Palladiv kennst du? Mhm. Ja, das ist das Geloster. Ader, boy. Mhm. Mhm. Das ist Ader. Weiß ich nicht. Ah, der ist aus dem Kraser. Er nehmen sie nicht die Tag mit uns ein ehrenloser. Keiner schockt an diese Pan. Was ist ich doof finde, dass man das in den Faden nicht mehr sieht von Gegner. Halt die Fressen so, hm. Oh, du kriegst schon da pro was. Hm. Ey komm, wenn du Eier hast, mach jetzt heute bis um zwei durch. Ja? Hm. Traust du dich? Ich hab eigentlich keinen Bock. Doch. Na, guck mal was ich dir geschickt hab. So wie Jonas ja. Wenn du Eier hast! Okay, du hast Eier. Okay, okay. Du musst mit mir jetzt heute bis zwei Uhr nach Aufladen. Okay, du machst das ehren, Mann. Ja, mach mal bitte nur die Eier. Dann hast du so den ersten zwei Stunden zu spielen. Da geht schon vier Stunden. Ja, das zwei Stunden zu spielen. Dann kannst du nicht mehr spielen machen. Vielleicht kommt man ja auch in der Zeit. Aber na. Sind immer hartkoppige noch wachen. Aber dann macht das Heiß-Stream mal mehr Streams. Und dann kommt die halt alles zu dir rein. Und vor allem... Ey, Digas, so. Stell dir mal vor. Ähm. Im Montel des Streams. Er postet da dein Link rein. Auf einmal hast du so 18.000 Zuschauer, Digga. Äh, du willst programmen oder fresshalten und hallo sein. Digga, nicht mit Stimmen ausmachen. Digga. Digga, das wär dumm. Digga, das wär wirklich dumm, Digga. Da kannst du so viele Abos mitfahren. Und du willst die Züge ausmachen, Digga. Das ist eher normal. Digga. 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 Ex-Exhi. Ach... Ach... Ach du Schei, Digga! Lama, warum tust du mich? Häää? Dka, dynamo! Das ist Kind. Ooga! Ich bin so schlecht, toilet Nonetheless firewall illegal today. mein Main-Skin hat dich getötet. Du, wie das Kind ist hässlich. Ja, mach mal ehrlich, wüsste nun, der sieht geil aus. Ist halt Schwitzer. Mh, dein Schwitz! Ach so, weil er, ähm, weil er Armband hat, ne? Ja, Leon, du denkst du kannst Flexen schaffen. Das fand ich auch, wenn man sieht so aus, als ob man Flexen könnte. Weil, dann würde man jetzt z.B. andere Runden reinmachen, würde ich ja sagen, das ist schon wieder schwer. Äh, äh, scheiße, ich bin grad auf Muss und das ist der Tour, äh, muss, muss los. Ah! Leon, das ist ein Tipp. Rennen. Ja, natürlich, er ist klar. Das wäre ja, wenn ich mich betrachten würde, dass gerade. Ja, wenn ich mich feste, dann wäre ich. Jetzt kommt er von oben. Ja, jetzt geht doch von hinten, wie du nur woanders. Huh? Was ist der? Huh? Ja, ich bin schon von hinten, wie du nur woanders. Ja, ich bin schon von hinten, von hinten, ja. Ja, ich bin schon von hinten, wie du auch hier ist. ich bin mir nicht um zwei nächste Mal bekommst du mal um ne 5 war PSN wenn du mach machst du? ok PSOMI DEHM Jo komm früher PSN auf mein Heck Wenn du jetzt so lange durchmachst, oder hast du einfach keine Ahnung? Doch, weißt du deine Mutter doch. Ähm... Okay, wenn du das sagst. Okay, du machst mit mir zwei Stunden viel. Müssten die noch so sechs Stunden wach bleiben? Ja. Wie viel noch? Ähm... Ach, sechs Stunden wach. Jetzt, oh, Dega. Hey, haben wir nicht letztens die Nacht durchgemacht? Ja. Lass doch noch mal, Dega. Hats auch. Ja, ich hab ihn jetzt geholt, ja. Und wenn du den Tisch musst einfach einmal ins Bad gehen, äh... Waschmittel in die Augen machen und dann fertig. Ah, Dega, das wird... Waschmittel in die Augen. Ah, ich glaub, das ist weg, oder? Ja. Man könnte nichts versehen. Jetzt verlierst du sie von troj wunderschönen. A- ER, ich hab um Schmerzen gefunden. Jaja... Junge, wie leid ihr olmach? Junge, wie leid ihr nicht? Halbanen aber mit zehn Leuten er hat zehn Euro dringend er wir haben wir haben und schießt 3-4 hier ist nichts in der Umgebung und du bist froh Ja Leon guck dir mal bitte mein Loot an also ich mache euch so viel sexy Cox Lab und dann auch mit ARPG sein im Hedgehog geben oder was? und mit der Game Sound jetzt wieder da? Hörf? In Game Sound jetzt wieder da? Wer ist wieder da? In Game Sound Hm Schau wo du jetzt wieder so lungen? Die letzte Runde, oder? GDSP-6 Cox Lab and the Sniper Komm was musst du wenn ich in No-Scope gehst? Nix Die D-Gang Ich fiel ihnen wie gar kein Boss mehr Das ist voll traurig Warte rein Danke für dich Äh, äh, du sagst nur. Ja! Du musst NOSCOPE geben, ne? Ja, ich gib dir gleich NOSCOPE. Ja, du bist doch so ein Affe. NOSCOPE. Ja, ich will NOSCOPE geben, NOSCOPE dann. Ja, okay! Mach bereit. NOSCOPE. Ja, nein, nicht bereit machen. Warum verlassen? Äh, hier, auf deinem Weg gehen. Oder, wenn ihr ein Geschleidiger oder welchener Weg gehen? Und ihr habt ja noch einen Eier, drei Stunden gradi, und dann ist so, zwei Stunden und nur, ja, das ist auch... aber ja dann haben wir es sind froh oder geht oder und wir machen jetzt für den ganzen Spiel die Challenge wir dürfen gar kein englisches Wort sagen so was für die Challenge ja ok api wenn wir in der Runde sind wenn der Bus fliegt ja der hat sich durchfährt ist er hier eigentlich ein englisches Wort Racketenwerfer ja stimmt, wir müssen mal Racketenwerfer sagen Schroppmann wie aus ist das? Schrotflinke Racketenwerfer ! i'm Flurring baby mhm 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 Ja du stets dich doch wirst. Nee, 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 nee. Nee, nee. Ich muss wieder so verweilen, ja? Lazy? Hm. Los geht's. Die ist so universities. Wir müssen halt sagen, anstatt li 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 lo 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 lo. Ja ja! Prozent und eben eine Bestrafung dann darf man oder er ist zu hart was denn? das einfach machen so einfach eine Blutkolle und ich bin zweimal du hast das W-Wort für ähm Sieg gesagt äh ach ja und los geht's angekommen los geht's also ich habe eine Pistole und Verbände ein Schuhengewehr ich bin halt jetzt hier im Haus nein er hat mich niedergestreckt ich hatte keine Waffe was sollte ich denn tun ich sag's irgendwie ich bin mh mh ich komme zu deiner Karte guck mal so ein Mensch aber guck mal die Challenge ist so easy mh mh ja wie er die gegeben hat ja das L-Wort für viele Schüsse hintereinander darf man nicht so ganz viele schlüssel hintereinander und wenn er dann tot ist hat man ihn gelade 8 7 6 3 2 1 ich gehe alle kommen jetzt die gegner auch er hat sich zu sagen die Klinik Prozent einer wurde neugierig startet Prozent 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 Niederzuschreien und die Anziehung Prozent 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 in den wunderschönen kreinbar 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 es kreinbar kreinbar eine Pumpe kreinbar und die hatten eine Pumpe aber gar nicht mehr nicht mehr ich gucke auch in der Strecke Prozent Prozent in der Klinik Kronen Kronen das in die Tür Kronen Köln Köln Kronauer Vandaar in der Tat ich habe es klar und sagt das Karin Tegel sagt der Haar die Sorge du musst eine Waffe aus dem Enttropfen Scheiße die Kursse Warte, okay. Guck mal weg und man sagt Stopp. Okay. Stopp. Ich will die Schlechste auswerfen. Was soll ich denn mit sowas machen? Sag mal, was soll ich hier... Heilungs... Hä? Wie soll ich das sagen, Leon? Zu was denn? Ach so, was soll ich an Heilung mitnehmen? Ein... Hä, das heißt aber Barnehmen-Spiel auch? M-I-W... Max... ...und dann halt... Nein, ähm... Ein... ähm, Heilungskoffer! H-Gel, wir kommen auf Weisen! Also, da musst du mal reisen! H-Gel, wir kommen auf weisen! H-Gel, wir... H-Gel, wir kommen auf weisen! zu l wiederer waren dieses Wort Ehe Eýptoo das andere waren denn hier gibt es nicht anderes oder ja okay lassen wir es machen Lila 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 eine Sturmgewehr hätte ich gerne Lila ich werde jetzt in die in den Kreis gehen und versuchen zu überleben. Geh mal ein paar Gegner protestieren. Nee, geh die mal flanken. Geh mal ein paar Gegner. Renn mal zu ein paar Gegnern hin. Okay. Woher? Du kannst ja einfach eine hohe Position auf einem Berg suchen. Fängt hier schon der Berg an? Bist du dumm? Da ist eine Kiste. Okay, in den Che. Ja, in den Che. Ja, in den Che. Da ist noch ein Heilkoffer. Ich brauche ihn nicht, weil ich schon drei Heilkoffer habe. Achso. Und ich bin hier jetzt ein Level aufgestiegen. Geh am besten auf eine hohe Position auf einem Berg. Okay, werde ich gleich versuchen, es durchzusetzen. Wie wir reden, Alter. Ich werde jetzt kleine Schildtränke bekommen. Werde jetzt eintrinken, werde das hier abhauen. Und jetzt werde ich auf Gegnersuche gehen. Du musst mal ein paar Bäume abhauen, dann bekommst du Materialien, womit du bauen kannst. Ich hab schon genügend man hat gerade den Keg. SK KEK ist es nicht, ähm... Nein. Nein? Nein. Ich sag glaube, wir haben das nicht mehr, weil du musst keine Waffe mehr drucken. Furzi. Ach du Scheiße. Ich sag's. Hmm, Marcel. Kommer halt. Ein legendäres Sturmgewehr. Dann überfolgen wir mal. Du musst eine Waffe aus deinem Inventar werfen. Ja, okay, dann mach. Die Goldene. All die Versichtung, gar nichts. Ich hab auch aufwühlen. Okay, ab. Okay, lass machen, ähm, dass ich jetzt noch einen Versuch hab und jetzt das letzte Mal ist. Aber du hast W, du hast W, I, N gesagt. Ja, weiß ich, aber jetzt ist die Trainingsphase vorbei, ab jetzt. So, ich werde jetzt mal gucken, dass ich vielleicht ein paar Gegner gesichtet bekomme und sie dann versuchen niederzustrecken. Oh, dich hat einer ges, äh, angeschossen. Der ist da oben, glaube ich. Oder hinter dir. Ich bin mir nicht sicher. Doch, ich sehe ihn da am Berg rechts. Er läuft da hoch. Er ist, glaube ich, ein Bo... Oh, du hast einen, äh, äh... Einen? Du hast Schaden bekommen. Und wie viel? Das weiß ich nicht, genau. Wie viel auch? Ja. Genau neben dem Busch. Alles. Oh, mein Mann. Oh, mein Mann. nm 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 nr wie war der Schuss denn nicht drauf m nie nm ich guck weg was nichts gehört und nichts gesehen stopp Oh. Was musst du fallen lassen? Hey, Stopp, ist doch nichts Schlimmes. Hä? Hä? Stopp, ist doch kein englisches Wort. Marcel? Ja, was ist? Hä? Egal. Du hast H-I-T gesagt. Als sie dich angeschossen haben. Ja, ich bin eh tot. Okay, jetzt dürfen wir englische Wörter sagen. Nein, jetzt auch nicht. Die ganze Zeit jetzt nicht. Nein, der hat einfach das goldene Sturmgewehr liegen gelassen. Ja, sie wissen ja auch nicht, was sie tun wollen. Nein. Machst du bitte, äh, bereit? Nein, mach ich nicht, weil ich nämlich kreativ spielen möchte. Aber dass es un-eng kreativ ist, ist so leicht. Hm? Wer kommt raus? Lass uns noch drei Runden-Duo spielen. Nein, möchte ich nicht. Okay. Okay. Ich komme mal raus. Lass uns noch mit Englischwörter. Das ist überhaupt nicht. Ja, Junge, das fuckt so ab, ne? Nein, 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 nein. Ja. 13 vor, ähm, 12. Ja, ja, ja. Ich hoffe, ich konnte die Nacht wieder durchmachen. Bist du 3, 2, 3 Uhr, oder? Sollten wir schaden. Was? Ja, komm, wir stellen uns jetzt, ähm, 2 Uhr als, ähm, 3 Uhr. 2 Uhr. Ja, 2 Uhr. Warte, wie viele Stunden sind es noch? Okay, in zwei Stunden habe ich wie lange gestimmt. Habe ich 6,5 Stunden gestimmt. 1,5 Stunden gestimmt. Dann hab ich 7. Dann hab ich 7,5 Stunden gestimmt. Mein Rekord ist 8. Aber da hast du mal richtig, klar. 4,5 Stunden gestimmt. Wenn wir so mal in den Reinteten kommen, woher hänster fach mir? Seht ich die bewogen? Eier! Ab schon! Ha, ha! Das war doch 8 Stunden! Ich gucke ja nicht auf die Jude! Na geht's! Wie? Wie? Wie hast du diese Map so schön hier gemacht? Häh? Und was muss ich hier machen? Mach mal Spiel starten! Game started. Du musst in das blaue Portal. Oh geil, das ist geil gemacht. Ohne hier? Mit hier. Mit Traps? Ja. Mit hier. Und auch mit Traps. Ja, auch mit Traps. Hast du die Deagle schon? Nein, ohne Deagle. Ach ja, die spawnen nur einmal, ne? Ohne. Dann lass beide ohne. Aber lass keine Wurde wie Wurde machen. Oh. Einfach die Wurde, ja. Ist das soviel vor, ähm... Ich bin mit Eisen, ne? Ja. Ja. Mein Gott, Alter, was hast du für M? Was hast du für M? Mit der Tag? Was hast du mit der Tag für M? Gar keine Hände. Doch. Ich bin voll schlecht gegangen. Nein, das war ich nicht jetzt erst. Nein. Ich will dich unbedingt trappen. Willst du aber nicht, weil ich tra... Weil, egal, dass... Tretten ist schwer bei mir. Mehr sage ich nicht. Also, dass, wenn es sowas ist. Ich bin mit, wir gehen. Ich bin mit. Ich bin mit. Denn, wenn es sowas wird, ich will die Tag für M? Ich bin mit. Und ich bin mit. Mann, das muss ich mich nicht verpowering. Entschuldigung. Ich habe mich nicht so gemacht. weil ich ja auch nicht zu mir. everybody ist das. Und ich bin ich. Ich habe mich nicht, Glockenze, 8 achten abgängig ich bin für einmal nicht wie komme ich hier weg daher hier manchmal blicken wir gar nicht durch wort man im warte ja bitte warte hallo ja 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 ich habe schon meine händchen weggelegt also du bist doch nicht rein Marcel ich möchte einmal nur editen nein hast du doch jetzt ok dafür kriegst du gar nicht sagst ja mich kann man nicht schirpen denn ich bin der kleine führer du hast gar nicht bei dir drin du hast gar nicht bei dir drin du hast gar nicht bei dir drin so sagst du nicht kann man nicht trappen ja weil du nicht trapp gepläst hast warum trappen warum willst du denn wieder nämlich trappen ja ja aber wirklich ja ich habe deine Ehre gemacht Butterfinger ja das machen wir müssen ähm das machen wir dürfen nicht mehr als einen Trappen auflesen ok ja ja weil dann kann man den liegen ja voll ähm ich bin empf ja 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 ich bin ja 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 Ja, wie hast du diesen Hintergrund gemacht? Mit Barrieren. Ja, früher wolltest du nicht in meine Map rein, hast du gesagt. Mit Lele, äh, nicht mit Lele, mit Robin. Oh, sorry. Äh. Ich hab nur eine Go-Plays. Jetzt geh ich um auf Türen, komm. Mein Spaß. Ich spiel jetzt mit 73 HP. Ja, ja, du spielst. Du hast doch Spielgang. Ja, 73 HP mit Schild. Hä, trink doch. Hab ich schon. Ja, du kannst noch mehr als einen trinken. Ich hab ja auch zwei getrunken. Hä, du kannst doch noch 21 HP haben. 71, äh, 72. Nee, 73 HP. Ich kann man nicht trinken. Nein, nur nicht, ne? Halt. 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 Du bist doch gar nicht mehr auf der Map, achst du doch? Ne, bin ich aber nicht. Ich hatte gedacht, dich kann man nicht drappen. Nicht so Kitsch. Ich küsse. 6, oder 3, oder 4. Wo weisst du das? Hm? Wo weisst du das? Ich däme es. Ein Spaß. Wo bist du? Warum? Wir sind bei deiner Karte, die bist du da und wechselt sich noch nix. Aber dann denkst du mir auch an. Als ob der nicht drauf war. Wie klost war der Sache? Ich hab den Schuss gerade gesehen. Ich hab den Schuss, gerade gesehen. Ich hab den Schuss gerade gesehen. bis sich ganz unten doch die Kunde aber er hat die Stoff die Stiftung k k k wenn ich jetzt noch holen kann ich gut werden kann ich wieder alles klar werden kann ich werde die ich versuche die drei Meter über den die hier zu schrönen einfach immer so hin und verplatzieren das kann man immer schon ich komme erst mal mit ihnen nach Okay, wir haben das Wunsch aus. Okay. Machen. Wir haben es auch. Ich gebe dir natürlich 28 Euro zu tun. Was gibst du mir für uns? Oh mein Gott, wer der Kloster. Nein. Ich möchte dich auskoben. Na, 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 na. Da mit der Kusita. Da mit der Kusita. Aih! Da mit der Kusita. Aih, ach, ach, ach. Ich bin ganz. hmdı hause ich läge komm erhert loh huff ich bin aufzuckeiten ich schottel jetzt ist mir egal hab heute noch 50 Leben ich kann mir auch kein Miesgaming dir ein wenig getrunken ich bin so warm kein Bock mehr auf dich älter geh weg von mir jetzt schwitz ich mal ich will es nie ich will es nie Marcel Marcel es geht oh oh Oh, der war schützhaft. Riss du denn mit meiner Trepperei? der auch die 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 eine 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 cashback ein 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 st schwecken das ist immer ein war ja 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 die Prozent 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 für die Begründung auch die Anerkennung die Anerkennung und die die auch Prozent es gibt es nicht wie er war ich glaube schon alles wir haben nur eine, nee, das wort nicht wir haben es jemals gesagt, nur eine ja, ich höre jetzt auf, ich höre jetzt auf, ich höre nur noch eine ich bin verbrückt geworden schon viel öfter warte kurz, ich muss kurz was üben guck ich höre mich nicht bitte, ich höre mich nicht st da bitte auch bitte ich will hier zu kommen warte Du musst schneller bauen, als ich schießen kann. Ja, das meinst du auf dein Kopf. Ja, komm, komm, ich spiel mal, ich will dich nicht zu einer, ich hab Bock, ich kann jetzt auch mal wieder das Vorhaben, wenn du ruhig in meinem Glück war, bau sie bitte ab, jo. Ich hab dich aufgenommen mit dem Trick. Es gibt einen neuen Glitch, da können wir das machen. Es gibt einen neuen Glitch, wo ich mich mal durchmachen kann. Ich hab dich aufgenommen. Ich hab dich aufgenommen. Ich hab dich aufgenommen. Wir haben jetzt schon gut aufgenommen. Jetzt ist es schon nicht teuer. Ich hab dich aufgenommen. 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 Oh, Mama. Ey, nackt bin ich so los. ist Wissen nicht oder was kriegst aber wenn ich hier mein bester ich komme ich jetzt Buschen nach oben ich gehs nach oben nicht Buschen dann bist du tot ich will dead Lass mir die Blaue in den Chef rein gehen vor Ich bin's Tim Mach mal Spielband Digga Leon mach mal Spielband dass hier alles wieder frei ist Meine Schwester hat gerade gespielt. Was? Ich schwöre. Ja. Ich schwöre. Sie können gar nicht bauen. Ja. Dann frag sie jetzt mal. Komm, ich möchte andere Stimme. Lea. Ja. Jetzt weiß man, wir fühlen den Ruh. Ja. Ja. Mach mal ein Spiel. Ich schaue. Hm. Mach doch Spiel, schaue. Oder soll ich hier wirklich alles abholen, hier? Warte kurz. Geh und soll ich? Eigentlich noch auf die Diebel und die ist weg. Und so langsam werden alle auf Kappen gehen. Willst du? Okay. Dann geh ich jetzt so nicht, warf ich zu der Frau. Marcel, bitte, bitte hör auf. Willst du? Bitte hör auf. Okay, dann mach ich, komm. Hochspiel starten. Hier ist alles wieder gut. Junge, ich brauch die Diebel noch. Was wollen die kaufen? Was wollen die kaufen bei der Schimadame? Als Maul. Was wollen die kaufen? Als Maul. Einmal Muga aller Mauna mir, ja? Okay. Sie können kaufen für Fuoru. Ey! Wer mit dem Schwan? Lass mal so ne Einkaufs mitbauen. Halt die Kresse! Äh! Ey, komm mach gleich mal ein Einkaufs-Map! Hier Einkaufs-Map! Hier! Komm, sieh dich mal raus, sonst musst du wie wir starten. Warum komm ich hier nicht mehr raus? Ja, aber warum machst du die da? Oder damit du... Ey, du musst dich machen, ey! Oder damit du willst, dass du das komplett aufmachst, oder? Hm? 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 Kennst du den Jungen? Und Trash-Dima? Lass mal Doppelpump, nur Doppelpump! Nur Doppelpump! Nur Doppelpump! Nur die Beinpump! Oh, Doppelpump! 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 Oh! Ruf den jetzt Doppelpump! Ruf den jetzt Doppelpump! Man darf nur einmal mit einer Pum schießen! Ja okay! Und dann noch mal wieder mit der andere Pum schießen! Oh mit Menis natürlich! Jetzt mit Traps, oder was? Tach! 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 Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhö! Wir brauchen jetzt zu viel... Die Schussfaffili? Darf man da nochmal mit der gleiche kommen, oder? Ne, zur nächsten! Nächsten! Ja ne, okay! ich will schnell regenerieren das bei dir ich dachte ohne brauche machen wir jetzt mit oder ohne Fremdstecker ohne ok Ich hab die Runde gebaut. Ich treff nix. Zu der anderen Hand wechseln. Du musst dich jetzt runter schießen. Zu der anderen. Oh, sorry. Ja, ich schwöre, das war keine Absicht. Ja, ich schwöre. Walla? Walla. Das macht man bei Tech automatisch. Nein, bei mir ist das ganz automatisch. Ich glaube, ich bin da auch nicht geschossen. Oh, ja, komm, ich schreib dich jetzt. BAM! Headshot! BAM! HIT! Und jetzt! BOOM! Und jetzt BOOM! 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 Nee, ich darf sein. Ey! Ich hab auch in den Krieg gekriegt die Kostlepp gegeben. Ich hab auch in den Krieg gekriegt die Kostlepp gegeben. Jungen. Ich hab mich vorgestellt. In den Krieg gekriegt die Kostlepp-Kostlepp-Kostlepp-Kostlepp-Kostlepp-Kostlepp-Kostlepp-Kostlepp-Kostlepp-König. Ich würde jetzt dich so ballern. Masturbieren! Die Schuckuskladen masturbieren! Hahahaha! Ey, ich würde dich trappen, aber es geht nicht. Trips sind kaputt. Du hast ja auch keine... Ach, jetzt! Naja, nö. Du kannst nicht versuchen, dich zu retten. Das ist ein Mensch. Das ist eine. Du hörst dich dann einfach aus. Wenn du deinen Bescheid rum... Du darfst nicht... äh, Max, du hast nicht von endlich einen Ausdauer an. Hä, was schon endlich ausdauert? Bist du dumm? abgeh ich mag einen neuen trick spielst du musst das hertor das schläft aber weil wir wahrscheinlich nicht vernünftig werden wenn wir auf als würde ich äh neue ok ok und ich will nur aus dem Setor Oh nein, die fressen gut nicht. Komm her. Ja? Ich glaube, ich hab dich jetzt. Ich hab dich jetzt ein bisschen in der Mitte. Hier UNFET! Ja? Nochmal! Einboot abzulegen. Ha? Nochmal einboot? Jetzt muss ich runter rein. Wo? Ey, weil wir kommen hier. Hallo! Oh, Junge. Mit Maustastatur gespitzert. Hey, oh ne, ich mach's ja B. Wo bist du? Geh's mal? Warte, ich muss erst beim Menü. Ich spür's ernst auf, dass der Turke? Ernst? Ich heiße erst, ich spür's ernst. Flickshot! 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 Na, immer noch Flickshot. Besonders Game. Flickshot! Nee, aber ich mach richtige Flickshots. Guck, diese. Flickshot! 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 Ey, stell dich mal bitte auf einen Punkt, okay? Bleib da stehen. Und ich mach mal ein... Ähm... 720, warte... 1000... 20 machen, okay? Ja, mach mal 1000 Training. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Hier, guck. Stell dich mal kurz hier hin. Hier. Stopp mal. Stell dich mal hin. Und jetzt alle rein? Bleib mal! Bleib mal! Bleib mal! Bleib mal! Okay? Ach ja. Ja, guck mal. Oh, ich mach' das Haus. Guck. Guck' weg! Und mach' das Haus! Ich mach' das Haus! Ich mach' das Haus! Ne, 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 ne... Das klappt halt! Ich... Das macht so viel Bock. Warte kurz. Leon, du sollst ausmachen. Hat Mama gesagt. Warte kurz.